Und der Run fängt an. In dem Sinne, bis dann Leute, viel Spaß und man hört mich morgen zum Finale wieder. Tschau! Tschau! Yes, Tressa is currently still in the lead. That is not the Bid War being hammered right now. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. We'll get straight into it then. Are you good? Yeah. With one of the best OST's I've ever heard. I find the music just great. Ok, I guess I'll just start very, very quickly by prefacing obviously welcome to Octopath Traveler. Ähm, das, äh, Octopath Traveler, für die, die es noch nicht kennen, ist ein RPG im klassischen Sinne, also rundenbasiert. Und halt mit vielen neuen und alten Dingen. Wir beginnen das Spiel mit Tressa, die Verkäuferin. Wir hatten die Auswahl zwischen Tressa und Cyrus. Cyrus ist sozusagen der Magier in dem Spiel. Der erste zumindest. Und Tressa ist die Händlerin. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass der Anfangsort ein bisschen anders ist. Und... Ja, und dass wir die anderen Fähigkeiten haben. So wie Tressa wird. Wir hatten ein Bitwar zwischen Tressa und Cyrus. Tressa hat gewonnen. Die Unterschiede für den Run bei Tressa und Cyrus ist, Cyrus ist ein bisschen schneller. Dafür hat er mehr ANG. Also kann leichter das, äh, der Run... Oh, ich bin nochmal von vorne. Der Run kann mit Cyrus leichter daneben gehen. Tressa ist da ein bisschen einfacher, den Anfang zu machen. Dafür ist er halt nicht so schnell wie Cyrus. Und... John? Schön, John. Jo. Wie viel kennst du das Spiel? Es steht auf der zu spielen Liste, ich habe mir mal so ein bisschen, äh, paar Quäler angesehen, bewerten und so und deswegen steht es da drauf. Also sozusagen noch nicht viel. Ja. Und deswegen kommt die erste Frage. Ähm, in diesem Speedrun, wie viel wurde man von der Story gespoilert? Naja. Man muss in diesem Speedrun, muss man alle Storys von jedem Charakter machen. Und dann bist du, halt, Galdera. Das heißt, eigentlich siehst du halt alles. Aber die skippen alle Cutscenes so schnell wie möglich, also wirst du nicht viel von merken. Oh, optimal. Ähm... Du wirst zwar die Bosse sehen. Ja. Es waren doch acht Charaktere, oder? Genau. Das Lustige an den acht Charakteren ist, die Anfangsbuchstaben der Charaktere bilden zusammen das Wort Octopath. Mysteriös. Wenn ich jetzt nicht gerade falsch bin? Ne, doch. Wirklich. Das heißt, jeder Buchstabe von Octopath ist ein Charakter, sozusagen. Wie man sieht, ist es halt klassisches, rundenbasierendes Kampfsystem. Man sieht halt Vierecke bei den Gegnern und ein Schild mit einer Zahl drinnen. Erstens, die Vierecke mit den Fragezeichen sind die Schwächen von dem Gegner. Also siehst du, wie viele Schwächen der Gegner hat. Und jedes Mal, wenn du einen Gegner mit der Schwäche wirfst, geht die Zahl von dem Schild runter. Wenn die Zahl auf null geht, wird der Gegner betäubt und kriegt um einiges mehr Schaden. Das heißt, du würdest eigentlich versuchen, immer im richtigen Zeitpunkt den Gegner zu betäuben. Hier sehen wir schon mal die ersten beiden bisschen größeren Gegner. Das ist halt sozusagen der erste kleine Boss von Tressa. Weil wenn du einen töten vor dem anderen töten, wird der andere verrückt. Und wenn du sie nicht möchtest. Es sind halt zwei Piraten. Banditen, Banditen-Piraten, so. Also in der Top-Richt, wie heißt der Armin nochmal? One Piece, ja. Irgendwie erinnert mich der Pirat im Hintergrund da, der etwas dünnere, längere, wirklich an einen Pirat aus One Piece. Naja, sehen halt standardmäßig aus, wie Banditen oder Piraten halt so aussehen. Aber was ich sagen muss, ja. Ja. Seit dem ersten Mal, wo du das Spiel gesehen hast, beziehungsweise in den Gemausschnitten, muss ich sagen, ja, die Grafik tut man, die so wirklich liebevoll gestaltet und auch der Grafikeffekt, was sie da drin haben, ist ja einfach Zucker. Ja, es ist halt ein Oldschool-RPG im neuen Aufwand, sozusagen. Deswegen sieht man halt sehr gute, sehr viel Detail. Und... Ja, ich find's, ich find's, das Stil von dem Spiel eigentlich recht schön. Ja. Wenn man so im Hintergrund sieht die, äh, das Sonnenlicht und alles, oder das Meer. Ja. 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 Du hast ja am Anfang auch gesagt, sie ist ja Händlerin vom Beruf, oder? Ja. Ja. Ja, das macht dann ein bisschen Sinn. Ja, eigentlich Geldstehende ist ja meistens immer so der Diebst seine Sache, aber... Händler... Ihr macht das halt die Händlerin. Ja, Händler können dich auch abzocken. ...hän zu unserem zweiten Traveller, den wir holen können, das wäre Cyrus. Jetzt... Du hast nicht daste What's da hier sein, und es wäre schwer, ab auf den meisten Menschen. Ja... Oh no! Findet immer was. Ah, ok. Denn... ...den zweiten Krach... Genau, es kommt noch hinzu. Im Kampf kann sie das Geld stehlen und ihre Open World Fähigkeit ist, dass sie mit Leuten handeln kann und Sachen von Leuten erkaufen kann. Es sind immer drei Sachen und ja, du musst halt Geld dafür ausgeben. Beim Dieb, den wir später sehen, hat man eine prozentuale Chance, das Item oder Equipment einfach so zu bekommen. Aber es hat auch einen... Oh, wie heißt es jetzt? Einen Haken, genau. Einen Haken. Ich habe auf den Haken gekommen. So, jetzt sind wir nach Atlastam gekommen, um uns Tyrus zu holen. Den Charakter, den wir auch als Anfangscharakter hätten kriegen können. Jeder Charakter, den wir im Octopath Terrible mitbekommen, hat sein eigenes Startgebiet und seine eigene Story. Und wenn wir halt zu den Charakteren hingehen und sagen, hey, wir wollen seine Geschichte sehen, dann machen wir die Story, die erste Story von dem Charakter jeweils. Und danach kommt er bei uns mit permanent. Wie man hier gesehen hat, hat Syrus hat gerade mit Feuer den Gegner gebrochen und Tressa hat die Fähigkeit, Wind zauber zu machen. Syrus hat die Elemente Feuer, Eis und Blitz. Bisher noch. Die auswählen kann. Except for Elemental Boosting Items, those stack with each other additively, but they multiply the final result. We won't really see those until later. So here I'm going to learn Hired Help, a really good ability. If you haven't seen it, you will see it. Converting money directly into damage. That's great. I like to compare it to the Guild Toss from Final Fantasy. That's what I like to compare it a lot, too. So Medium Soulstone to 2200 to broken targets. How does that look at you? I think you've played the game already through. When did you... Leider, no. Oh, okay. I would like to play through, let's say it so. But I didn't play the game for a long time, or I couldn't play the game for a long time. I was in the middle of the game, I was in the middle of the game. Mhm. Yeah. Wann hast du das Spiel dann eigentlich geholt? Gleich direkt beim Release, oder hast du dann noch ein bisschen gewartet? Ein bisschen gewartet. Okay. Ähm, hier hat man gerade die Fähigkeit gesehen, die wir sehr häufig benutzen werden bei Tressa, das war das Anheuern. Das heißt, du kannst, für Geld kannst du NPCs rufen, also sowas wie diese Soldaten, die wir gerade beschworen haben, und die machen sehr guten Schaden. Die Ausrüstung, die man hat, spielt da auf diese Fähigkeit nicht mit ein, also machen sie immer eigentlich einen sehr guten Schaden. Wie man gesehen hat, den Boss einfach mit einem Schlag erledigt. Na, fast mit einem Schlag. Dann konnte man hier gerade sehen, ganz, äh, ganz flüchtig, dass man die Fähigkeit, äh, von Cyrus benutzt hat, man kann Hintergrund von manchen Leuten sehen, äh, erfahren, beziehungsweise mit Leuten ein bisschen genauer ansehen, und die geben dann manchmal, also bestimmte Leute geben halt einen Gegenstand in der Karte frei, und die du dir näher aufsammeln kannst. Zum Beispiel, das werden wir halt sehr häufig benutzen, um die Steine, die Elementsteine zu holen, damit auch andere Leute gut Schaden machen können. Wie man sieht, das Kaufen der Söldner von Tressa ist halt sehr stark. Wenn wir ein neues Teammitglied in unsere Party aufnehmen, bleibt das dann dauerhaft drin, oder kommt das im Laufe der Story dann noch dazu, dass er uns mal kurzfristig verlässt? Die bleiben, meinen Sinne, wie ich das kenne, in der Party. Okay. Jede Gegner geben halt Jobpunkte, die kannst du ausgeben für Fähigkeiten von der jeweiligen Klasse, die gerade die Charaktere haben. Und je mehr, also nach jedem gekauften Skill wird, immer teurer. Wir haben jetzt für Tressa, die Battle Point hier weggeben, geholt, also BP abgeben. BP sind die Punkte, die man an den, wenn man oben rechts im Kampf nachguckt. Und da sieht man halt so fünf Punkte bei jedem Charakter. Diese Fähigkeiten lassen dich deine Fähigkeiten verstärken oder dich mehrmals angreifen. Du kriegst pro Runde, kriegst du einen Punkt. Und wenn du halt, sagen wir mal, zwei Punkte ausgibst, machst du nicht nur einen Nahkampfangriff mit der Waffe, sondern drei. Somit kannst du halt schneller Gegner brechen oder halt um einiges mehr Schaden zu fügen. Wir haben eben gerade den Altar vom Gelehrten geholt uns. Der Gelehrte Stein ist, was Cyrus ist, also der Magier sozusagen. Das lässt uns nachher hier Klassen miteinander kombinieren. Wir haben Charaktere zwei Klassen auf einmal. Und du kannst sie frei beliebig wechseln. Die Hauptklasse bleibt immer, also Tressa wird immer ein Händler bleiben. Aber du könntest sie jetzt doch zum Weißmager machen, zum Gelehrten, zum Dieb oder zum Krieger. Wie wir ihn hier gerade gesehen haben, haben wir gerade einen Cade gekriegt. Cades sind sehr selten Gegner, die sehr sehr selten sind und auch sehr schwierig zu töten sind. Dafür geben sie einen riesigen Batzen an Erfahrungspunkte. Es gibt verschiedene Arten von Cades. Manche geben dem mehr Geld, manche geben dem mehr Erfahrungspunkte und so weiter und so fort. Es gibt wohl drei verschiedene. Ich glaube eine gibt ja auch die Jobpunkte, ganz viele Jobpunkte. Wenn ich nicht verkehrt bin. Halt der eine Geld, der eine Jobpunkte und der andere Erfahrungspunkte. Galdera ist alle Main-Stories und also alle Storys von jedem Charakter und End-Boss. Also alles. Eigentlich alles nicht, aber größtenteils. So, jetzt haben wir die passive Fähigkeit von Cyrus, den Gelehrten, gekriegt. Die uns einfach sagt, wir kriegen weniger Gegner in unserem Weg. Also es kommen einfach weniger Gegner. Was in einem Speedrun halt recht gut ist, wenn man weniger Gegner bekommt. Wenn man einfach wieder zurück geht, dann machen wir den Weg durch. Der Stoengard-Run ist einer der größten Stoengard-Run. Das ist alles. Du hast immer eine Fliege von diesem. Ja. Es ist eine Horror-Storie für Tall-Boys von der Stoengard-Run. Du weißt, es ist... Dich irgendwie misserzähl. Könnt ihr mich ruhig berichtigen? Ja. ...die Invasive Maneuvers Grinder, dann den Gettin' den Encounter hier. Stoengard-Run ist einfach nicht so, dass es wirklich eine wirkliche Weirge von der Schrein ist. Wir passen über das Schrein, aber es ist sehr deliberate, weil es sehr schrecklich ist, weil es sehr schrecklich ist, sogar mit Invasive Maneuvers. Ja, die Weirge von der Stoengard-Run ist so, dass wir nicht so können, dass wir die Erwge von der Schrein machen können. Die Weise, die Erwge von der Schrein, die Erwge von der Schrein war, ist, dass es eine Step-Counter nach dem, wenn man einen Stoengard-Run. Sondern es ist nicht fixiert. Es ist random. Das ist so, weil man manchmal einen Encounter zu bekommen, aber es ist schwer zu wissen, ob eine Strategie ist, wenn man es nicht mehrmals gibt. Ah, okay. Ja, ich weiß, dass er es schon länger benutzt hat. Das holt man sich halt so schnell wie möglich. Was man sich halt sehr viel holt, sind halt die Elementar-Steine, weil sie halt guten Schaden machen. Halt Geld. Ja. Fähigkeiten, die man braucht. Also, Transferring between screens also resets the Step-Counter. There is an exception that we'll get to later on, but for the most part if you change screens the Step-Counter resets. If I can cut in for a minute here, how often do you want the voice language bid war to be updated for you? You can just tell me whenever one language is winning over the other. Alright. So, thanks to a $20 donation from Goikum and a follow-up $10. English is now in the lead, so you can swap whatever you choose to do so. Hail Traveller. Later in the run, I might ask for... We might do it like in between chapters, but right now we're just packing down, so... Okay, obviously there's walking and running, and it may sound quite simple, but slow if you want to go through... Man sucht sich halt immer... versucht immer die Schreine zu holen, damit man... gleich schon mal die Doppelklassen haben kann, von Anfang an. ...but if you walk, obviously it does lower the chances. So at some point we will be just all right running, because, you know, we're pretty much at a zero-Step-Count, so it's not really gonna affect us. But at some point, sometimes you'll get to the very edge, and sometimes just to be super safe, you might want to just walk. I've done that a few times... I've done that a few times... Good question. Okay, I'm going to say that this is really an incentive for who really knew that this doesn't make a big difference. Because if you're not aware of what you're saying, it's probably going to go on. I'm going to say that, unfortunately, I don't know if that's something changed. Because it is. It sounds pretty bad interesting. Yeah, like every walk you make on the screen, except for the one to walk on the lost king, is a sketchy one you can get an encounter on. Yeah, I'm going to walk. Yeah, okay. Das gleicht sich aus. Es wurde gerade gesagt, dass der Panit, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, am Anfang des Kampfs ist er im Englischen langsame Revoice Lines hat, und überleg im Japanisch dasselbe gehen. Das heißt, das gleicht sich dann wahrscheinlich aus, auch. Alles klar. Ich weiß nicht, wie es genannt wird. Ich lasse es euch an. Man versucht halt die Wege, die ganzen Steine abzuklappern. Manche Gebiete sind, da muss man halt ein bisschen aufpassen, aber so wie die hier laufen, gibt es halt kaum Gegner. Bei manchen Sachen wäre das halt sehr problematisch. Ja, ich weiß nicht. Aber es ist eine schöne, akzessive Sorte von Backup-Money und eine Soulstone, die ist extra, wenn du einen benutzt hast. Ja, ich weiß nicht. Es ist wirklich gutes Movement, dass sie keine Gegner bekommen. Würden sie Gegner bekommen, hätten wir echt Probleme. Ja, die Syrus-Passive. Ich verringere doch nur. Hä? Ja. Ja. Ja, genau. Es verringert bloß den Encounterrate. Das macht sie aber nicht zu Null. Ja. Ja. Ja, aber die ganzen Seelensteine holt man sich halt, weil die unser Leben um einiges einfacher machen. Ja. Ja, das Ende halt ist 3, äh, 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 8 und keine 3. Ja. Ja. Das ist ein wichtiger Teil des Spiels, dass du das Spiel aufhören kannst. Ich denke, es funktioniert wie ein Fiskal Attack, oder wie ein normaler Attack. Ich nehme diese alten Coin hier. Wir werden hier tagieren. Die ersten Chapters werden sehr schnell durchgeführt. Aber wir werden es in eine sehr, sehr bestimmte Ordnung machen. Viele Leute fragen sich, wenn eine einzige Story eine Stunde lang ist und dann Galdera ist etwa 5, wie funktioniert das? Denn es dauert eine Stunde, um eine Story zu machen. Das ist ein Beispiel, dass es viele und viele Setups für jede Story gibt. Und wir müssen weniger Setups über all das, weil wir bereits genug machen. Wir bereiten uns Zeit für die ganzen Storys vor, damit es nachher auf Schlag auf Schlag geht. Dadurch die ganzen Seelensteine absammeln, Geld sammeln, dadurch wieder neue Seelensteine kaufen. Denn Sachen, die wir kaufen, die wir für bestimmte Bosse brauchen, oder für bestimmte... Äh... Was ungefähr, wie lange das dauert? Du sagtest ja, wir beretten uns jetzt erstmal vor... und set upen alles und dann kommt es Schlag auf Schlag, kannst du auch sagen ungefähr wie lange das dauert? Wollte nicht mehr allzu dauern Wir kommen später zurück und es enden, aber wir werden in dieser Stadt herausfinden, was in dieser Stadt passiert ist, weil es wahrscheinlich etwas verrückt ist Also wir werden ein paar Leute schreien, wir werden herausfinden, was passiert ist und dann gehen wir einfach weg Ich denke, wir sollten wahrscheinlich sagen, dass in Cyrus' Geschichte, er ist ein Lehrer im Kastel von Atlassan, er ist ein Lehrer der Prinzessin Hier machen wir gerade, glaube ich, Cyrus' zweite Story von Cyrus Schauspieler irgendwas durch den Kastel, das hat der Bedeutung ges과�t, er hat da undcopiert den Kastel und versuchen, zu spiegelen, wo er auswählen ist. Während wir versuchen, das an den Kastel zu machen, er findet einen Freund, Rufus, der auch hatte der kleinste Bedeutung vorhin in der den Läb in der Läb der in der Läb Er ist unserustoartitas, wo er dieser Kastel ging. Nachdem er Drop ihn ist, wir waren in die Lage mit einem talkige Gespräch, mit den Prinzessin und$". Das, was so schlimm ist, war so schlimm, dass er nicht so schlimm ist. Es kommt immer darauf an, für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen, uns überlegen, das zu holen. Das Spiel hat wunderschöne Musik, Story, ist ganz gut. Man muss es halt mögen, so eine Art von Spielen. So wie man ja hier hört, sind viele Fans davon. Weil das Spiel im Großen und Ganzen sehr gut ist. Ja, Octopath Traveler hat auch eine relativ große Speedrun-Community, meines Wessens. Theo, du hast hier Tyrus Story, die erste, verpasst. Wir wissen was von der zweiten. Und halt ein bisschen Setup. Hier, Steine holen und da alles holen, Gegenstände holen, die wir brauchen. Also 30 Minuten halt. Hier sind wir angekommen bei dem dritten Charakter von uns, Therion. Er kann halt Gegenstände stehlen im Kampf. Oder von Leuten, die Sachen stehlen, die man eigentlich auch mit Tressa kaufen kann. Dafür musst du aber kein Geld bezahlen. Und er hat halt eine Fähigkeit, um die Verteidigung von Gegner in Runde zu machen. Was halt das einige schneller macht, weil mehr Schaden ist gut. Der vierte, den wir uns holen, wüsste... Oh, wie heißt sie jetzt? Oh. Ophelia. Ich rate mal, wir sind jetzt wieder beim Boss, oder? Die größeren Gegner sind immer die Bosse, ja. Das ist jetzt der Gegner... Thief Code heißt er. Ich weiß nicht, wie er jetzt in Deutsch heißt, ich glaube, auch so. Aber das ist halt Butler. Das ist ein Butler gewesen. Wir sollen halt... Die Sache ist, die wir müssen jetzt, durch den, da uns der Butler hier zuvor gekommen ist, müssen wir jetzt für ihn einen Dachenstein sammeln. Weil... Der Butler hat ihnen ein Armband angelegt. Das Armband zeigt halt an, dass ein Dieb gefasst worden ist, von einer anderen Person. Und das erst abgemacht wird, wenn... Erst abgemacht wird, wenn er eine Aufgabe für den anderen gemacht hat. Jetzt wieder gehen wir zum nächsten Schrein, von einer Jägerin. Therion hat aber auch die Fähigkeit, wenn ihr... So eine... So eine... Fila-Kisten sieht. Kann nur Therion öffnen. So, obviously, big things like physical defense down. I mean, Armacross is going to play a big, big role. As we go, we can also increase specific types of buffs. Um, obviously, all these jobs are collectible. Essentially, you can equip one of the jobs onto someone else. And you have two in one job at one time. Rather than having all four. Oh, wow. So, obviously, the job system is similar to, like, Final Fantasy V, but just with a little bit less, um, freedom. So, it makes you really, kind of, like, build the perfect party. Um, every single job, the more JP we get, you can learn more skills. But the big thing is that after a certain point, you can learn the big skill, like their ultimate skill. Die magischen Nüsse und die ganzen Nüsse, die wir hier finden, also die Nuts, alles permanente Status Erhöhung. Jetzt hat er sich eben gerade die magische Nuss geholt und dadurch permanent Magie erhöht. Unless it's a divine skill. Unless it's a divine skill, or Harned's Summoned Beast. Which everyone uses. Oh, no. Yeah, that's a real shame. Um, yeah. So, we do it, which is very, very good. Divine skills are very powerful. And they have, I think there's two in particular that are a little bit busted, but we'll come to those of when you get there, of course. So this screen's a little sketchy because I have to walk at a very precise angle to guarantee that I don't get any counter. I think with a really precise angle, you can make it, like, 90% of the time. But I hate it. I mean, speaking of the cleric, it's the shrine where we get the cleric job. Hail Traveller. Hail Traveller. Hail Traveller. Hail Traveller. We'll get to who gets to be the cleric later on, but it is a coveted position in the party. There's only one cleric in my heart. Hail Marcos has a lot of world records in Octopath. Hail Traveller. Hail Traveller. You can just walk so long, that you just come from A to B without you to the cleric. Which Traveller is everyone's favorite? Ophelia, the literal god-tier nurse? Cyrus, the nerd who sets everyone on fire? Tressa, the merchant who has a team behind every hand. There's another lila in the kitchen, which only Therion could open up. Hail Traveller, the soldier who can block monsters' jaws with his bare arms. Primrose, who can breakdance monsters into oblivion. Elfin, the doctor who MacGyver's panaceas out of any random objects he finds on the ground. Therion, the thief who can steal up to three apples. Or Hannet, the hunter who throws entire cats at her foes. Anyway, let's get that glitch showcase in Darwars. I appreciate the effort. No, 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 thank you. Okay, thanks, Relo, Denise. Does anyone want to say what their favorite Traveller are? I feel like that. Some things are good, some things are really bad. But just, you don't know it before, right, Möbo? A friend who I play through this with said Premerels would review this. I disagreed with Traveller, so Traveller was my favorite. Then Premerels drew on me, but now it's hands-down feel it. So, great. It's hard to say, because they're all so great, except for Alfin. Sorry, Alfin. I think we're going to cry all the time so that we have all classes to change and change. So, I think a lot of people like this. A couple of people's stories have a different type of approach. So, some are quite jovial common, some are quite simple and just relaxing and just about, you know, menial things. But some actually have this kind of real intent behind it. So actually, one of my favorite stories is actually Olbricks. I think it's a very, very good story. And one of the specific fights is very brilliant in terms of boss fights. But I think just you'll resonate with certain different approaches in narrative. Some of them will really touch you, some of them you'll just really enjoy the joviality of. So I guess a little bit of color question for you guys then is like, not just which you affect the story, but really kind of like made you... I don't like Alfin. I don't like him. 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 Everyone has his own favorites. I don't like him. But more just as a character herself. I just really resonate and really... Ja, ich liebe Primrose's Story. Es ist echt gut. Ja, es ist definitiv eine der besten für mich. Was für dich? Me? Ich glaube, Albrecht's Story ist die beste, aber ich liebe Primrose und Ophelia. Es war etwas über Ophelia, in Bezug auf die ganze Freundschaft, die du mit Crikey hast. Du weißt, wenn du einen totalen Moment hast? Liana. Oh Gott, ja. Ich liebe diese Freundschaft zwischen den beiden. Und wie viel Ophelia kämpft für sie. Das ist schön. Bist du, Jello? Ophelia ist wahrscheinlich mein Lieber. Danke, Benja. Das wusste ich leider nicht. Hast du nichts zu sagen noch? Wie? Hast du nichts zu sagen? Ich lasse das Spiel auf mich wirken. Und wenn ich irgendeine Frage habe, kretsch mal rein. Ja. Wie gesagt, zu dem Spiel kann ich wenig sagen. Es steht aber auf der Liste. Das Gute ist ja auch, dass es im Juli für einen PC rauskommen soll. Nein. Ich fand immer Olberic als Tänzer ganz lustig. Ja, aber wie gesagt, wenn es dann im Juli rauskommt, hol ich es mir und dann wird es mal gespielt. Ich finde es gut, nicht jeder hat eine Switch. Von mir aus können sie ruhig jedes exklusive Spiel faire Sachen rausbringen. Weil es ist halt so, ich mag exklusive Spiele überhaupt nicht. Ja natürlich, die können dann halt dazu zwingen, dass du dann die Konsole da verkaufst. Aber ich habe es lieber, dass man sich aussuchen kann, wo man es haben möchte. Ja und man muss sagen, die Exklusivität ist jetzt seit knapp einem Jahr alt. Und wenn sie es dann sagen, ja ok, ein Jahr auf der Konsole exklusiv und dann öffnen wir uns anderen, ist es auch noch in Ordnung meiner Meinung nach. Das ist ja wie Epic Games. Ach ne, lass mal. Ich will damit nicht anfangen. Ich muss sagen, ich bin eigentlich ein Fan von Epic. Ich bin ein alter UT-Fan. Und es tut mir irgendwie weh, wie Epic jetzt manche Sachen in der Hand hat. Aus, ich wollte damit jetzt nicht anfangen. Ich habe erst angefangen und habe gleich wieder raus damit. Ich will da keine Diskussion von hören. Ja. Na ja, mit dem Emulator schon. Aber man hat Super Mario schon auf Android und iOS offiziell gesehen. Er hat das böse Wort gesagt. Nein! Wie kann er nur? Ich bin mir ja keine Schild bewusst. Ich vermute mal, dass in diesem Wann auch relativ viel Zeit manchmal ist, weil man nur läuft und zum nächsten MPC oder so laufen muss, oder? Joa, ein Laufen ist halt ein sehr großer Bestandteil des Spiels. Es ist ja auch Traveller. Reisen. Da muss man halt ein bisschen laufen, wenn man nichts hat. Ja, sich einen Motorroller kaufen, damit es schneller geht. Ja. Kauf dir da mal einen Motorroller. Das will ich sehen. Kann man das Spiel modden? Kannst aber versuchen, das Witz zu modden. Ja, Spaß beiseite. Was waren eigentlich für dich die Gründe für das Spiel zum holen? Weil es ein rundenbasierendes RPG ist. Ich bin ein sehr großer Fan von rundenbasierenden Kampfsystemen. Ich bin halt zur Zeit die ganzen Action-RPGs und so sehen alle für mich aus wie... Ich drücke die X-Taste bis der Gegner tot ist. Ohne irgendwas anderes zu drücken. Ja. Und bisher habe ich auch meistens immer recht gehabt. Hier Final Fantasy 15. Mhm. Mhm. Ja, so erzählt FF7 ist auch ein Action-RPG. Also halte ich davon gerade extrem wenig. Ich kann mich das Spiel von etwas anderem überzeugen, aber bisher sieht es für mich so aus, dass der Kaufgrund jetzt weg ist. Weil er jetzt Action-RPG ist und nicht mehr rundenbasierend. Ja. Okay, Action-Rune. Und das erste RPG ist, finde ich auch immer ein Stück gemütlicher. Da kann man sich ja wirklich... Da habe ich immer das Gefühl, da kann man sich wirklich seine Konsole nehmen. Am besten handelt dann in den Sessel kuscheln und dann eine Runde spielen. Lass mal lieber. Ja, Chiraco, das ist jetzt so ein Action-Kampf-System, wie halt Final Fantasy 15 jetzt ist. Aber man weiß halt noch nicht, was noch so ist. Also es kann ja anders sein. Es kann ja noch ein bisschen Tiefe drinne haben, anstatt nur X drücken. Man hat halt bisher noch nichts genügend gesehen. Wie man halt immer so sieht, geht man zu dem Bildschirm, wo man eigentlich zum nächsten großen Gegner kommt. Und man drückt einfach immer zu, hm, nee. Weil das den... Halt, den... Boah, den Counter wieder auf Null setzt, den man laufen kann. Dadurch hat man auch wieder hier keine Gegner gehabt. Jetzt beginnen wir Therions zweite Story. Er sucht halt jetzt nach den Drachensteinen. Okay, ich habe gerade einen Anruf von meinen Vater bekommen. Ich dachte, das sei irgendwie wichtig oder es brennt gerade was. Die Aussage war, er hat Probleme mit einer einstellung der Sendern am Fernseher. Okay. Er möchte, dass du hilfst. Ja, nachdem ich es ihm schon dreimal gezeigt habe. Geh doch hin. Er wohnt knapp 200 Kilometer von mir entfernt. Eine gute Reise. Ja, das ist wirklich interessant. Ja, das ist wirklich interessant. Ja, weil wir gerade bei Travellers sind. Ja, das wird ein Interesse für später. Es ist... Es ist ein bisschen divisiv. Ja, man kann es nicht sagen. Man hat halt nicht Gameplay gesehen, richtiges. Was man so in den Trailern und so sieht. Mit dem Sari immer... Kann man nicht aufs Korn nehmen, weil man hat Spiele schon gesehen gerendert und ein Trailer sieht so geil aus. Und das richtige Spiel ist halt ein totales... Sag nur Anthem. Mehr sag ich dazu nicht. Mehr sag ich dazu nicht. Wir fehlen ja auch nicht so dein Ding, wie das jetzt ausschaut. So, jetzt haben wir unseren vierten Charakter. Ophelia. Spice-Magierin. Sozusagen. Also die Heilerin. So. It's gonna be easy to transfer between the villages. Just literally go and just bang out a chapter. Bosch, 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 Bosch. Nice and easy. So yeah. We grabbed all this stuff. And now that's what Jello is doing. Equipping all the items he needs to equip and to make his way forward. Haha. So right now, Osiris actually has a lot of elemental attack boosting equipment. And you're gonna see exactly how that plays out in Basel. I have enough games for this year. I don't need the remake now. Of course. But it's a lot of damage. When it's good is, heißt das. She's obviously a young cleric. She's obviously a young cleric. I have heard. So yeah. Episode-wise. This episode-wise. Ugh. Mach das Spiel fertig und bring das ganze Spiel so raus. Wenn das halt größer ist als eine CD, machst du halt zwei oder drei draus. Mir fuck egal. Mach das Spiel fertig und gebt uns das sofort 100%. Fertig. Mehr wollen wir doch gar nicht. Wir wollen einfach nur vollständige Spiele haben. Wir wollen einfach nur vollständige Spiele haben. Ich. Und die Leute. Und die. Und die. So die Spiele machen. Die verstehen es einfach nicht mehr. Manche verstehen es immer noch. Ja. Aber leider nur sehr wenige. Ihr habt mal jetzt gesehen. Eines der stärksten Fähigkeiten vom Händler. Du kannst diese Battlepunkte oder die BP kannst du andere Leute geben. Das heißt. Du kannst viel schneller stärkere Einheiten. Äh. Stärkere Einheiten. Stärkere Angriffe machen. Mit anderen Charakteren. Weil die halt von einfach an höheren Wert an BP haben. Und die haben wir nutzen. Und. Und. Leona. Und dann. Und. 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 Eigentlich das, was wir jetzt mit Ophelia gemacht haben. Sollte eigentlich äh. Die Schwester machen. Ich glaube, sie hat sich nicht getraut und wollte nicht von der Seite von dem Vater weichen, weil er gerade noch krank im Bett liegt Ich glaube, das ist Sainzsbridge, wenn wir da sind Ich weiß, was wir da sind Danke Wir werden auch die Apothecary-Shrine hier Es ist nett, weil es eigentlich nicht von der Entkontrolle gibt, dass es ein Single Story gibt, aber es gibt nicht die Luxury zu haben Ich mag es nicht Plenty of Runs sind auf den Weg zu Sainzsbridge Ich glaube, in den Single Storien auch, wir manchmal auch eine Bonus-Soul Stone, in case du kannst, dass du eine Soul Stone kannst Ja, ok. Ähm, zu Octopath Traveler gibt es ja auch noch einen Incentive der Direwolf Fight plus Ditch Showcase. Der ist gerade bei 3 von 5.000 Dollar. Aber da wir jetzt noch knapp 4 Stunden haben, ist er eigentlich noch realistisch zum Erreichen. Ja, ich sag nicht nur, spenden dafür. Ich will die Glitches sehen. Also... Die sollte es auch richtig schreiben. Ja, und stimmt, solltet ihr spenden. Einfach dann beim Namen geh rein, dass man das erkennt, beziehungsweise uns da kurz mal anstopfen. Sondern am besten dann nicht. Ich suche sie danach aus und dann lesen wir die Spende hier im Stream vor. Ja. 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 It doesn't fit. Ja. 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 lassen sich holt also Ophelia wird zum Händler, Therion wird zum Tänzer und Chrissa wird zu Jägerin Hier kann man halt immer noch sehen, die Schwächen unten, der Speer und Baird Ah ok, die stehen jetzt gerade nicht in Speedrun.com Aber gut zu wissen, Benja Wie man halt gerade gesehen hat, so viel Schaden gemacht, indem er einfach Leute beschworen hat, so für 30.000 von der Währung, das ist schon einiges, aber hat man halt gesehen, wie viel Schaden gemacht haben. 7.000 pro Angriff, das ist heftig Ja Die Sache ist die, ich hab ja schon mal erzählt, dass Diebe halt stehlen können, aber es hat ein Haken. Ein Haken ist, wenn du die Sache nicht bekommst, weil du hast eine Prozentschance, die Sachen zu bekommen Wenn du die fünfmal nicht schaffst, verlierst du verlierst du halt an Ruf und kannst halt nichts mehr machen mit deinen Fähigkeiten Bei den Leuten Ich muss dann erstmal zur Taverne gehen und dich wieder sozusagen den Ruf wieder gut kaufen Also freikaufen Dass die Leute wieder mit dir reden wollen Dass so einfach wäre, den Ruf einfach mal bei der Taverne hoch zu Den eigenen Ruf bei der Taverne besser zu machen Uiuiui Bei mir genau dasselbe Deutsch Ich hoffe bloß, dass das mit meinem neuen PC alles glatt läuft Und nicht wieder was dazwischen kommt Ich hab einfach keine Lust mehr mit meiner Krücke da zu arbeiten Ja Tressa also hat ein I for money So when you're running between areas you should basically find money on the ground And the higher tier area you are the more money you get So if you remember back when we were tagging Grandport We went in and it said Tressa found 3.5k And that's like the tenth of a vet, so I'll take that So by choosing her early we get more access to finding all this money as we go It's not a massive difference Warum will man das wissen? Ich hole mal einen neuen PC und fertig Das ist halt nichts großartiges Ja Außer mit dem Pentium 3 3000 Ich glaub das teuerste wär dann nur die 2060 drin Aber das war's dann auch So here I'm warping out and warping back Cause it's faster Genau oder? Wir überlegen mir eine neue Grafikkarte zuzumlegen Das wir dann mal Sagen wir mal so, ich würde auch mal gerne mal Head & Time spielen Oder sowas wie Hollow Knight Aber beides ruckelt Kommt dein Rechner aus dem letzten Jahrtausend? Ja ok, bei mir ist es so, ich will mir ja eine zweite Grafikkarte zulegen Das mal unter Linux Gaming eine virtuelle Maschine betreiben kann Dann brauche ich keinen Dualboot Und ist besser zu verwalten Ich bin zufrieden Oh cool Komponenten haben sich verändert von dem PC Jetzt ist schon nur 2070 drin Matthias schießt auch Matthias schießt auch Matthias schießt auch früher in dem Spiel Ich glaube am Ende von Chapter 1 Ja Und er spricht über wie er quasi Tradedeals von einem Emporium Mit 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 Bogenschwache Gegner Bogenschwache Gegner halt Bild brechen kann, dadurch dass sie mehr Schaden kriegen Terion als Sense hat halt eben gerade den Schaden von unseren Cyrus erhöht und deswegen 4500 Mondschein, du hast eine PM Ich bin in blind gegen ihn, meine ersten Zeit, und wurde absolutely destroyed Ich kann es nicht sehen, dass er ihn getrennt Kann ich einen kleinen Tressa, vielen Dank, von euch? Ich habe 25.00 von Rexon Es ist toll, wie weit die Oxtopath-Kommunität hat in so einem kurzen Zeit Und ich bin froh, dass sie ein Teil von diesem Geist Playing für eine große Chance, ich glaube, Jell-O und Couch will machen diese Runde look spectacular Donation geht zu der Direwolf-Bite Und eine Sache, Bagel-Bite über Pizza Rolls Wir sind gerade beim Fight gegen Mr.Bomb und Shadyfigure Wir haben halt vier vorbereitet dafür, wie man sieht Ja, der Armor Corrosive ist halt die Fähigkeit, um die Verteidigung runterzusenken Dadurch, die Gegner noch mehr Schaden erleiden zu lassen Wie gesagt, Teilung runter, gebrochen Dann nehmen sie halt um einiges mehr Schaden Und dann immer Leute anheuern Und mit dem Geld, was wir haben als Händler Und dann heißt es halt 6000 Schaden dreimal Je mehr Geld du ausgibst, desto mehr Schaden machen die Und die sind auch nicht abhängig von der Ausrüstung, die man hat Oder Level Das ist halt die Fähigkeiten vom Händler, Chiraco Dann halt Verteidigerrunde Der Schaden erhöht Ja, genau. Ich weiß nicht warum ich heute so geliebt bin, jetzt der zweite Anruf. Was willst du? Ah, die Veteranen. Lächerlich. Aber du musst auch viel Geld ausgeben. Hier oben, hier in diesem Gebiet, ist der Gegner, den man dafür spenden kann. Der Direwolf. Wir sind halt einfach nur reingegangen, um das Geld zu holen. Weil Geld heißt mehr Veteranen. Mehr Veteranen heißt der Gegner. Aber ich muss sagen, es ist echt erstaunlich, dass so wenig Gegner. Ich muss mich kurz muten, ich muss kurz an die Tür. An die Tür? Ja. Wie gesagt, Cyrus, Schaden erhöht, BP, Cyrus gegeben, damit er stärkeren Zauber machen kann. Ja. 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 So it turns out Matthias is a baddie, who'd have thought? Lianna had basically been charmed by Matthias to kind of, he was saying, you know, unfortunately Lianna and Ophelia's father died from either old age of poisoning or, I can't remember yet, it was poison. So Matthias is like, come here with me, the savior can bring your far father back. And kind of charmed by this notion of revival, Lianna grabbed the, I think the flame from Ophelia and bring it to, with the mill, with Matthias to kind of like, summon this avian basically, or something to bring back. I am back again. Welcome back. Yeah, Lianna got thanked pretty hard, basically. So we're gonna need to know about the English versus Japanese voices real soon. Right now English still has a commanding lead, but I'd also like to cut in with a $500 donation from AltaBiscuit at this point. Oh, $500 donation from AltaBiscuit. From here back to the couch, Lianna will have nothing to cling to except for Galdera and her savior. Alright, I'm actually on ridiculously good taste right now, so, um, for English as it seems. So here I am actually, I actually want to learn English because that would be optimal. I didn't get surprised despite sitting in the level 45 area. You like get surprised if you can see these whole Seensteins. It's dark. Yeah, I got the ideal turn on this, so, nice. Good RNG over there. So, one thing that's really cool about Ophelia story as well is very strange is one of the few final bosses that is actually fully voiced. I'm going to do the Ophelia story as well. So, that's why we want to know about the voices. We can kind of have that in either glorious Christina V. or... I'm going to do the Ophelia story as well. I don't know who I was talking about, but they did a pretty good job too. Oh yeah. Yeah, the passive ones that you get from each class. So there's gonna be a quick little mini boss fight right before we get to the boss fight. Uh... You can also use it with other classes as well. So... ... What? He was a fine boy. It is possible to technically die to this fight. Uh, famously known by a runner of AMS. Thankfully it didn't happen here. These enemies have an attack called Greater Fire Souls. And if all three of them decide to use it, it can actually kill people and it's scary. I like Therion to go in with the three of their grillier dancers. So, Peacock, Peacock Shred multiplies is mental. Therion as... As Tenser is just wonderful. I think an M should kill, if not another one. Yeah, they have a HP. Where is the nearest Sabre? Where is the nearest Sabre? Alright, so... Because all of this goes... Have I now... Ehmm... Was verpasst worden? I... The two or three minutes away were, or not? No, you have lost the boss fight. Oh, okay. You have lost the boss fight? That's so, that's so cool. Have I lost the boss fight? I've been two minutes away. They have a boss fight. Oh. I have to cry. Yeah, beziehungsweise Mini. So, 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 so... So, so, so... So, so... So, so... So, so, so... You have to go on the other side now. You will never know what happened, I'll read once what it looks like. In my opinion. So, so, so... Alles gewoist und sonst hätten wir das alles auf japanisch gehört Ja, aber es ist schön komisch, ich glaube das japanische war ja vorne Jetzt nicht mehr, nicht mehr, es wurde gerade 500 Dollar gespendet für Englisch Kann man das im Spiel immer noch umstellen? In dem Spiel, ja Oh, ok, ich dachte das kann man nur am Anfang einstellen Ja, ich sehe es gerade, ok Da hat man dann noch eine dynamische Incentive Best Incentive ist immer noch Demon Chocobo Wenn wir hier sehen, wieder Veteranen besporen, wieder 6000 Schaden viermal Jetzt wird Cyrus wieder Magie erhöht Matthias ist halt so Die haben ihren Vater verloren, Ophelia und die andere ist ihre Schwester gewesen Und durch Gift Und er sagt jetzt zu seiner Schwester Wir haben erstmal in der ersten Story so eine Flamme geholt Die eigentlich recht mächtig ist Und er hat jetzt zu ihrer Schwester gesagt Ey, wenn du mir die Flamme gibst, können wir deinen Vater wiederholen Und natürlich Sagt die Ok, mach ich Und Matthias ist halt nicht Das, was er Zu sein scheint Also Er wird sie nicht wiederholen Alles nur Er ist ein Betrüger, sagen wir es mal so Oh Ich werde sie nicht verlieren Ich werde dich nicht verlieren Du bist ein Nuker Und nichts mehr Du bist Du bist Leanna Du hast nichts mehr Leanna 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 Warte, wer ist da da? Ich warte, wer ist da da? Warte, wer ist da da? Wahrscheinlich nichts Ja Wahrscheinlich nur ein Schaden Ja, das ist ja Ich denke, dass das eine Breakdown kommt hier auch Was ist da? Was ist da? Oh ja, hier ist er Wenn man hier sehen kann, hat er jetzt Ha 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 Hat er halt zweimal Mercenary übersporen, der einfach einen Verteidigungs-Buff gibt Er will sie halt bekehren zu Galdera Wer wohl dieser Galdera ist, wir wissen es nicht Wollte halt einfach, dass sie alles verliert und nur noch Seinem Kult sozusagen gehört Ja, okay, ich bin nochmal kurz zwei Minuten weg Ja, okay, ich bin nochmal kurz zwei Minuten weg Wir haben jetzt gerade Profilier beendet Das war ihre vierte Story-Quest Natürlich, wenn man Ruhkult macht, ist Sif wieder da Oh ja, Jello Oh ja, Jello Oder war er noch nie weg? Okay Alright Das war jetzt 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 Ja Ja So the Sorcerer boss fight, I don't really think there's too much to it He just does a lot of magic damage, and I mean a lot of magic damage All the nuts and the gear and the bracelets and the tempest amulets and wind amulets we grab specifically for this fight They end up being useful later on, but this fight is where they are shining He takes seven sets of vets to kill, so it's a bit of a long fight So, once you beat him, you get the Sorcerer job, which is probably one of the strongest jobs in the game So, jetzt werden wir uns auf den Weg machen, um neue Klasse freizuschalten Eine Klasse, die wir noch nicht haben und auch keiner der Octopath-Charaktere, den Erzmagier Der Boss ist ein bisschen härter, dauert ein bisschen länger Aber der Job, den wir dafür kriegen in Erzmagier, ist es halt umlängenwert Weil es einfach sehr, sehr stark ist For sure Which kind of reminds me of uh, I don't know why, but it kind of reminds me of Knopon in that way Kinda cute, but also really, really, really menacing deep down We got the badge of friendship Uh, we're not gonna be equipping it just yet, cause it's inefficient We'll clip it now We're gonna be grabbing one of those towns we skipped earlier I think you can read a donation if you don't Alrighty, I've got some I have 14 dollars from Chirai Samurai I've been debating on buying this game, but your guys' passion and excitement pushed me over the limit I never realized Octopath was a pay to win game Good luck on the rest of the run and thanks for raising money for such a great cause Was ich halt auch recht cool finde, sind die Gespräche zwischen den Charakteren mittendrin, die du immer haben kannst Wenn du die Story ein bisschen weiter, äh, weiter kommst Und die sind manchmal sehr lustig Boah, eigentlich meistens sehr lustig Hallo, nur die Rebecca Schön, dass du da bist Ich würde mal gerne wissen, wie viel Geld Okay, dann bin ich wieder Wenn du mal gesehen hast, hat man einfach von Matthias die Waffe gekauft Was denke ich mal auch ein guter Zauberstart ist? So, um gut Schaden zu machen mit dem Erzmarker Wenn wir uns bald holen Das ist das Symbol der O.A. Schreien für einen Job nebenbei Also, wir werden den Weg nach oben Wir haben eine ziemlich lustige Kampf Ich bin in einem hoher Wettbeeren Dann bin ich in einem hoher Wettbeeren Also, werden die Waffe aufgegriffen ist ziemlich common Das ist sicherlich, dass diese Waffe Sie sind wirklich einfach nicht zu vergleichen Für mich dachte ich, dass sie gerne 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 machen Aber ich glaube, dass sie nicht gerne der Merchen in generell Ja Oh nicht schlecht Baumgegner sind natürlich schwach gegen Äxte Hätte das erwartet Gegenfeier dürften sie da wahrscheinlich dann doch Wie heißt es, eine Schwäche haben Ja es ist auch wieder ein Schrein wo wir hier sind Aber es ist ein anderer Schrein, weil es halt eine optionale Klasse ist Die man freischalten muss Und die geben dir nicht einfach so die Klasse Wenn man halt sieht, die Miniboss und so sind halt alle immer ein bisschen größer Sehen halt richtig cool aus, finde ich Ich will das Spiel ausspielen wieder Wie gesagt, es steht bei mir auf der Liste, ich warte nur Ja wie gesagt, man macht halt im größten und ganzen halt Versuchen zu brechen mit dem Händler und der Jägerin BP abgeben Verteidigungsschwächen, Angriffsstärken Denn mit Cyrus Magie raushauen Oder mit Besser halt Die Soldaten, also die Veteranen kaufen Und dadurch gegnern Das Brechen ist halt das Wichtigste So viel mehr Schaden dadurch Ja solltest du, Rebekah Solltest du So Cressa ist going to equip Snatch here Which is pretty important for the money route of this game It doubles what you get from stealing and collecting It's something absurd I think it's like 300 or 400k extra Yeah, it's not just a lot Lecker, wer hat das Problem nicht Zu viele Spiele und zu wenig gezeigt Das hat glaubt jeder Ich habe zu viele Spiele, aber zu schlechten PC Das ist das Problem bei mir Also, you'll see, Jello will also swap to Classes Und dann just immediately swap back That's just mainly so you can learn support skills from those Set jobs Good luck So, like Mamgar was saying, this boss takes 7 bets We have like 130k, probably like 150k Because I grabbed some extra money Um, we're gonna have to steal money We're gonna have to collect money from this boss In order to have enough money to kill it Thankfully, because Cressa has Snatch Eclipse Um, we, collecting from this boss actually grants us a fat 80k So, let's almost do that 1000 Spears has a guaranteed, uh, 3 hits there So we managed to get him down to 3 And then defend with Ophelia to put her into the front And then we go in Okay, um, du sagtest ja, bei den Gegnern wird dann immer das Schild angezeigt, wie viele Schwächen sie haben Bei diesen Gegnern ist es, bei diesem Gegner ist es jetzt so, dass das Schild weg ist Das Wasser ist gerade komplett anfällig, oder? Ja, jetzt hat er halt die Schwächen ausgenutzt, damit er gebrochen ist Deswegen ist er betäubt und kriegt mehr Schaden Und wie man hier halt sieht, hat man jetzt, äh Wieder zwei Händler mit zweimal den Söldner anheuern Und macht man halt Veteranen Die machen halt natürlich immer so 6000 Schaden 6500 Ja Im Angriff Du arbeitest halt darauf Mach man die ganze Zeit die Verteidigung senken von dem Boss Und wenn man halt mehr Schaden macht Und Größeren Bosse geben sich halt dann immer mehr Schild, je mehr du gebrochen hast Dann hat man halt eben gerade gesehen, dass unsere Beine in der Mitte kaum Windschaden gekriegt haben Weil wir halt schon vorbereitet haben davor Und dadurch den Windschaden verringert haben durch unsere Gegenstände Und er hat eben gerade 80.000 geklaut von dem Boss 80.000 ist schon eine Hausnummer Ja Was passiert da eigentlich, wenn ein Partymitglied, äh Vom Down geht Dann kannst du es wiederbeleben mit, äh Wie ganz normal auch Wie bei anderen Spielen auch Was aber halt die Runde von den anderen Charakter wegnimmt Das will man ja eigentlich nicht Aber ich werde versuchen Weil ich habe Ophelia Und ich habe das Ich werde das Ich werde das Ich werde das Es ist bei Pomegranate Wenn ich das mache Ok jetzt ist es gegangen Ja, im Real Life kann man sich auch die Windresistenz antworten. Ja, im Real Life kann man sich auch die Einfels in die Pramdomen. Es macht viel Elemental-Damage, viel Schild-Breakung und ist unglaublich stark. Es wird später später benutzt, aber nicht gerade. Ja. Von der Zeit her dürften wir jetzt beim Kryptos sein, oder? Geht, wir haben halt ein paar Storys von Therion gemacht, von Cyrus, die ganze von Ophelia. Also ein bisschen kommt noch. Wo ist aber halt das Vorbereiten. Ja, und jetzt geht es also Schlag auf Schlag, wie du es dann vermanntest. Dann wahrscheinlich, oder? Ja, wo man sich halt die passiven Fähigkeiten, die man haben möchte. Weil wenn du von einer Klasse eine passive Fähigkeit gekauft hast, kannst du die auch benutzen, ohne die Klasse anzuhaben. Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt einen Krieger-Jäger hast, ne? Aber du warst vorher Magier, du konntest die Magier-Passive, also die Werten mal passive benutzen. Das man so beantworten kann. In manchen längeren Speedruns ist es dann so, dass es dann mal nicht mal Cutscenes gibt, die man nicht skippen kann. Die mal ein paar Minuten dauern. Die nehmen dann die Runner dann zum Beispiel, wenn sie dann nur kurz was essen, aufs Klo gehen, trinken, holen und so weiter. Bei Spielen, die sowas nicht bieten, kommt es immer darauf an, wie sich die Community abspricht. Da sagen sie manchmal, ja okay, ist erlaubt. Aber im Normalfall ist es so, dass sie das dann von Anfang bis Ende durchspielen, ohne eine Pause zu machen. Naja, wenn man vorher aufs Klo geht, schafft man 5 Stunden. Ja, wobei 5 Stunden dann auch immer wieder an einen Bissli nagen könnten. Ja. 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 Aber war halt aufod. Ähm. Story 1 Boss, ne? Da haben wir uns halt Alphine gerade geholt. also so when it comes to Alfin when he was a kid he was healed by an apothecary why he wanted to be one to help people like he did when he was young his best friend Zev here as well he wanted to be an apothecary but Alfin wants to go out into the world and help multiple people so it's like a kind of like a bond of friendship they both hang on to they basically trade apothecary bags and so Alfin goes out into the world with his friend beside him so now we've got Alfin in we've done his first chapter we're gonna do everyone's chapter 2 here at this point obviously man guy has a bit more route here so the apothecary he has actually from the class here when you go to the class I have to say that you're going to go out of a lot of that you have to go out of the class great results too much HP I still know that I know ok ungodly I would then I would then the apothecary for a class as class as class as class as a class as a class as a class as a class Du kannst halt Gegenstände machen, da wo du dann fähig Waffen kannst und sowas alles, du kannst teilen und alles Das war mal ein bisschen Schaden Ja jetzt mal geholt Jetzt ist halt Cyrus der Hauptschaden Wenn man sehen kann halt der Erzmagier 5000 Schaden dreimal und ohne die Kosten von den Veteranen Bis halt einfach Echt krass Das ist so früh wie wir den Erzmagier jetzt haben sollte es eigentlich nicht sein Wir haben den viel früher gekriegt als vom Spiel erwartet Deswegen ist es Was ist denn noch eine Empfehlung für die Zuschauer Gegen dem Harz wird es sicherlich sehr lustig Super Mario RPG ist ganz gut Pokémon Let's Go scheiße Äh was Das ist ein Pokémon für mich Was? Pokémon für? Das ist kein Pokémon für mich Okay Ja ich muss auch sagen Pokémon Let's Go ist doch ein bisschen ungewöhnlich Ja 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 Ich finde es halt ganz lustig wie man halt noch so lange noch nicht die ganzen anderen Charaktere sich holt Also wir haben jetzt fünf Was war's denn Ja ich hab mal nebenbei auf How Long To Beak mal nachgesehen was die Spieler so durchschnittlich brauchen Für die Main Store doch 60 Stunden Interessant dann im Vergleich zu setzen Okay wenn man das so ansieht sind es eher etwas mehr Also zwischen 60 und 100 Stunden brauchen die Leute Und wenn man das in fünf Stunden dann auch einmal kurz durcherwandt Das ist schon zum Vergleich auch so imposant Das haben wir halt wieder ein paar Storyquests Jetzt ist er gerade für Tresser Der hat versucht hier was zu verkaufen Der ihr geholfen hat hat jetzt einfach sie ausgestochen Weil er halt nicht handelsüblich gehandelt hat Naja doch schon Und er hat halt die Leute darauf angesprochen was sie hören wollen Wenn du verstehst was ich meine Dadurch hat er sie ausgestochen Und dann hat halt der Herr von der ganzen Stadt Weil das alles eine Goldmine ist Gesagt hey Alles was ihr hier verkauft so gehört mir Hat halt Den anderen Typen Lieder gemacht weil Er seinen Vater kannte und gesagt hat Sein Vater ist ein Hochstapler Ja So that ability I use there, Elemental Break, it amplifies all damage that the boss takes by 50%, from Elemental Attacks that is. So, since Damage stacks multiplicatively in this game, when we have Peacock Strap and Max BP Spells, Cyrus just does damage. Ohne Brechen schon 6000 Schaden dreimal, weil Elemental Break vom Erzmagier, der Debuff, den der Boss jetzt gerade hat, macht 50% mehr, also dass er 50% mehr Schaden macht. Und dann hat man noch hier den Buff von dem Tänzer auf Cyrus, der erhöht auch nochmal den Tänzerts hier den Schaden, den er macht, und hat man halt gesehen, 3x8000. Sehr stark für diese Bosse gerade. So, I have to be extra careful that I don't enter a fight if Cyrus has no SP, and opening the menu to check his SP is, at least, like, a second. We don't like, like, a big second. We used to have an accessory that gave him more SP that made this less of a problem, but part of the reroutes actually cut that purchase, so we don't have it anymore. So, we're finally finishing up Therian Chapter 2. Therian Chapter 2 is kind of a walking simulator. You steal three different people. You steal the people themselves. You steal, like, three materials. It makes, like, some key, I think, at the end. I haven't been a casual player this time so well. Yeah, he basically tracked down the location where the Dragon of Stone is in here, and he has to find a way into this dude's house to steal it. Alright, if I can have some more time for donations here? Yeah, go ahead. Yeah, that's fine. We're just progressing. Okay. We've got $50 from Plopper Worm 4. Greetings from Tech. Never seen this game before now and absolutely loving it. Good luck, Jello. Donation goes towards the Direwolf Fight and Glitch Showcase. Which, to do a quick update on, we are at $3,371 and a cent, out of $5,000 for that. So, we need to get that done before the end of the run, I assume? Yeah. Okay. So, we still have a few hours left to get that, only $1,700 away. So, we can continue working towards that goal. We have $20 from Pac Lasso. Love Octop Travelers. Go, Cyrus. Go. We have $20 from Eskrent. Thank you. You collected $20. Thanks, Eskrent. We have $20 from Anonymous. First time watching RPG Limit Break, and I am loving it. How did I not know you all existed before? Good luck to the runners. Excellent. That's the idea, is that he would be a USGSman. He was a very closed-off personaje person. They were like closed-off man. He's a very closed-off person. He's a very closed-off man. I'll be around for sure. So, we'll have a partner called Darius. Soon. hoffentlich auf steam kommt es bald raus juni ja septer septer juli oder juli oder juni das weiß ich im juni naja ok septer juni stimmt dann habe ich das juni juli problem wieder gehabt wie man hier gerade sieht mit der roten leiste bei den schwächen heiß gerade oh warte mal kurz kurz noch mal von vorne man sieht ja jetzt gerade beim boss die dass die schwächen rot sind das heißt man kann ihn gerade nicht schwächen angreifen man muss vorher halt sachen machen damit er wieder angreifbar wird mit den schwächen und das ist halt seine der handlager erledig planung Danke. Okay, ja. So it's things like that that really kind of just turn up the dial on the strategic nuance throughout every single fight. It's also important that some weapons are specific types and give you specific bonuses. Tressa is a particularly strong character because she can wield spears and there's some really strong spears in this game. Really strong. And of course there are different types of weapon itself insofar as they give you certain bonuses. One thing we are going to see as well, specifically, I'm not sure of these stacks, so correct me if I'm wrong, or clarify for me if you will. But there are Gale, Bows and Streets. That particular element that you should be able to move to the next event, Trent, Story, Boss. Both of them, they both add 30% to the bonus. That's actually why Tressa is one of the stronger sorcerers because you can equip both of them at the same time. Another thing that we didn't talk about. So every character, each class has its primary weapon. You might notice that some weapons have a speed bonus on them. You get that bonus to your character as long as it's their primary weapon. And Cyrus happens to have a staff of a speed bonus. So that's why you'll see Cyrus going first so often. And that's what we want, because in these random encounters the only person who can kill him is Cyrus, because everyone else doesn't really do damage. I mean, trust them, they do damage, but they have to spend money to do it, so we don't want to spend money to do it. They would say we're traveling right now. Yep. This screen is way too long to take it without an encounter. So we just take the encounter, so we're about to see some Chameleons. This area is just a very long time. He couldn't... ...ohne... ...Gener... ...through come. So that's a time where you don't want Cyrus to go first, because Cyrus isn't able to kill them right off the bat. Yeah, I think that's going to be the standard standard price. The standard game price. 30-40€ then, probably. So, yeah, obviously this game is kind of a switch. However, I think in this game, the price is really okay. So, it's going to be interesting, the landscape and speedruns, as that happens. Obviously loading time is going to be a thing, but I hope that the switch scene is still... ...definitely, for sure. It's kind of crazy, like... ...they reisen to foot and then halt... ...I... ...here... ...im Schneegebiet, where there is snow, and then... ...has to be captured. ...has to be captured. ...where there is sun and everything. Just to foot, and that's a few minutes. ...finishing up Tressa's chapters, and we're going to see Bowie's favorite character in Tressa's story again. Oh, baby. We love a bit of Leon. He's just so cool. Oh yeah, so we did a bunch of tagging there. We were just going to go around finishing up the tags for all of the villages, so we can now get to any area we need to whenever we want. So here we're buying many many plums, which heal SP, because he has many many SPs, because he has many many SPs. And being the best character. And being the best character. And that's a passive bonus right there. If I could get in a $25 donation from Kirby Master, Kirby Master donating from the airport, I want to give a shout out to Jello, who is also around to hang out with. I learned a lot about this game from him, especially with the most important part of casual playthrough, grinding bewildering grace on cakes. I'm sorry. So thank you! Keep at it, Jello, and may the Laffer RNG bless the run. Put this towards Styrwolf and the Glitch Showcase. It still has a ways to go, and you will not be disappointed with what he has to show off. Thanks Kirby. This is a little bit of backstory to Leon. He was obviously an ex-pirate, and he was exploring and trying to find treasures far and wide. His boat is sort of that he's antique, if I'm not mistaken. And again, it's kind of like, it's like a past age of his story. Because he's going to be trying to find an item, like a relic of that time beforehand to give back to Leon, because he lost something precious to him. Or at least what she believes is precious to him. That implies there's a plot twist coming. None. Nah. Yeah, but we're going to be coming up on Venom Tooth Tiger. Venom Tooth Tiger was another benefactor of recent reroutes. This fight used to take like six turns or something, but with the power of Elemental Break, we can do it in three. Elemental Break and also a couple of, uh, help, uh, vets. Money is beyond the answer to the whole problem. You can probably get one or two donations, don't you? Yeah. Alrighty, got a $25 donation from Ghost. This is my first time watching this event, and I haven't been able to catch a lot of it, but I love it. As well as the good cause it's for. I couldn't believe when I saw there would be an Octopath run all the way to Galdera. That's awesome. Amazing fight with even more amazing music. Can we all agree that this game is one of the best soundtracks out there? Got a $20 donation from Zendaris. Well, it's my last donation of the marathon, so I hope the glitch showcase it went to gets met. I won't get a chance to see this run for a while. Not until I've finished Octopath Traveler for myself. We have a $100 donation from Super Monkey. Let's see some glitches. $20 donation from Massive Pie, Jello Feed Burrito. And $25 donation from Nauru, following Gerard Lead. Here we're just looting everything that there is to loot in the dungeon. So we're basically going to be doing that in every single chapter dungeon. Because in single stories you grab basically all the important chests. But you only complete one story. And this we have access to every single chest in every single dungeon, which is pretty nice. So, now we're doing a couple of optional bosses. We'll show us all the things we need. All the boxes and items. And then there's like a character based sound, I guess. Like a little bit at the beginning that is unique to them. And kind of in running with their aesthetic and theme. Oof. So those things I forgot to buy were the materials that let you hit fritans but you can talk. So I have to go grab those real quick. That's why I teleported to Duster. So another fun fact about breaking an enemy. Broken enemies, you can't miss on attacks with them. Well actually you can but only with a very specific item. So chapter 3 bosses are still too tanky. It's actually just solo. So at least they'll need some help that we hired. We'll see you in the world. We'll see you in the world. We'll see you in the world. I would like to wish you. It's wonderful. We'll need more RPGs. Golden Sun. Die ersten beiden, ja, die Spiele waren gut Warum nur die ersten beiden? Kein drittes Der dritte, ich hab bisher nur einen dritten Es gibt keinen dritten Teil Die dunkle Tämmerung Und ich fand den gut Doch einer der einzigen Ja, ich muss sagen, ich hab die vorherigen zwei nicht gespielt Ich bin eher zufällig auf das Spiel gestoßen Ich hab mir damals den DS gekauft Und dann war das erste oder zweite Spiel, das man dann dazu gekauft hat Und ich muss sagen, ich hab das wirklich gemacht Schöne Story, schöne Mechaniken Und es hat mir ordentlich lange gefesselt Du hast die ersten beiden nicht gespielt? Leider nicht Kein Wunder, dass du's magst Wie gesagt, ich bin nur zufällig darauf gestoßen Wär's anders herum gewesen, dann hättest du's nicht gemacht Das glaube ich Oder das könnt ihr vielleicht noch nachvollziehen Irgendwann werden die beiden auch noch gespielt Aber dann hat man wieder das Problem Billy lässt du zu lange Zeit zu kurz Wenn sie in Chapter 1 und sie war auf Leon's ship Boah, ich hab das Pace Und dann schlussend sie in Damport Und dann sieht sie in Damport Und du meetest sie, sie ist die junge Ja, das ist der Hauptvillagin von Tressel Story, dass sie dein Buch verletzt. Also, zu sprechen von Esmeralda, Esmeralda ist einer der Bösen der Bösen der Bösen der Bösen in St. Caldera. Wir werden da, wenn wir da sind, aber der Grund, warum wir den Bösen-Bösen-Bösen haben, ist für diese bestimmte Bösen-Bösen-Bösen-Bösen. So, jetzt ein Item, was wir ganz am Anfang des Runs gekauft haben, kommt jetzt bald zum Einsatz. Das Genauigkeits-Amulett, was wir haben. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Genauigkeit für den Boss. Jetzt sind wir bei Story 4 von Tressel. Ich glaube, das war letztendlich heute gefunden. Ich weiß nicht, wie LLMS wird, also ich werde es nicht machen. Aber... ...einer der Mann in der Cascade ist, ja. Manga? Ja, ich bin zu. Ja, ich bin zu. Es ist okay. Aber Jell-O hat die Fokus hier, weil wir hier alles gut machen können. Die Break ist nicht miss, wir landen das Teil, aber natürlich auch das zu erhöhen, das wir hier verletzten, was wir hier verletzten, was wir hier verletzten, und wir werden die Dinge, die wir hier brauchen, wir brauchen. Wir wollen die Möglichkeit, die Potenzial zu nutzen, und die Möglichkeit zu nutzen, eine sehr, sehr viele Schicksale zu nutzen. Sie hat viele Debuffe und viele Abilität, die sie können, um uns zu beurteilen, um uns zu beurteilen, um die Kampf zu kommen. Ein Early Break ist sehr, sehr wichtig. Es sieht aus, dass wir die Turn Order haben. Wir wollen Tressa zu gehen, die Syrus auf die Turn haben. Das ermöglicht sie für eine Pomegranate, also er ist bereit für eine Tier 3 auf die nächste Turn. Ja, ein plus 2, well, Boosting, wenn nur 2 BP ist, kann sie nicht hier töten, also brauchst du 3, oder brauchst du noch eine andere Break. Die Grund, warum wir Alphen Insight geben, ist, dass sie in zwei Breaks attackt. Ordeon, ja, das Problem der Sache ist. Erstens, ein RPG, da kann man nicht so viel... Man kann zwar viel zu sagen, aber wenn man selber nicht ein Runner ist. Kann ich halt nicht zu den Threads zu viel sagen, leider. Ich weiß, es ist kein... Kein Grund oder so, aber ich bin halt heute nur eingesprungen. Was auch noch ist... Ähm, wir machen auch sehr viel. Ähm, wie Streams und so, die Leute haben dann auch nicht immer Zeit. Auch mein Vorbereitnis braucht gewisse Zeit. Und wir suchen auch immer Leute, die kommentieren können, aber auch noch Ankaufgaben mitmachen können. Wir suchen auch dementsprechend immer welche. Wenn ihr Interesse habt, mitzumachen, meldet euch mal. So einfach fünf Stunden durchzureden, das ist eine Sache. Leute denken immer so, fünf Stunden durchreden, das ist auch locker. Ich rede auch die ganze Zeit mit meinen Kollegen. Das ist aber was anderes. Ich kannte halt mehrere Sachen. Über ein Spiel fünf Stunden lang zu reden, ist halt nirg. Ja, es tut mir leid, Audion. Ja, mir fünf Stunden auch. Ich rede auch, ich versuche so viel wie möglich an euch weiterzugeben, wie ich weiß, wie ich kann. Das ist ein guter Tag für ein Donations. Das ist ein Donations-Bit-Buddy. Und wenn ihr euch möchtet, was ihr möchtet? All right, wir haben noch ein paar Donations-Buddy. Und andere Dinge zu reden. Wir haben ein $100 von 16-Bit-Buddy. So viele Menschen überleben, die Menschen über die Krankheit von ihnen ohne Hilfe zu helfen. So es ist so wichtig, dass Charities wie dieses existieren. Danke für die Unterstützung. Wir haben ein $25-Dollar Donation von Rob Draven. Goofy-Saving-The-Welt. Ich will sehen das. Und $100 von Jamie. Goofy-Goofy-Goofy-Goofy-Goofy-Goofy-Goofy-Goofy-Goofy-Goofy-Goofy-Goofy-Goofy-Goofy-Goofy-Goofy-Goofy. Uhu-Hu, wir haben das durchgespielt. Naja, wir haben, die Sache ist, die, den Charakter, den man am Anfang auswählt, wenn man die vierte Story erledigt, kommt immer die Cutscene. Aber halt, man kann nachher weiterspielen und das werden wir auch machen, weil wir zu Geldera wollen. Ja. Und dazu müssen wir ja auch noch die andere Quests, äh, Der Charakter machen. Lerby, wenn du gerade weißt, wie der Secret Boss heißt, dann könnte ich mal nachschauen. Kann man die Cutscene hier nicht skippen? Weil nichts, sonst würden die es ja machen. Das stimmt, wir hatten auf eine Frage noch von vorher dann eins entgegen, aufs Klo gehen oder so. Das wäre jetzt wahrscheinlich dann eine Stelle, wo die Wanner sich mal kurz die Beine vertreten können, trinken holen können oder was weiteres, da das, wie es aussieht, nicht skippbar ist. Ah, und Benja hat es ja gerade gesagt, die Credits können nicht übersprungen werden. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dass es nicht zu hart ist, die Programme ist, aber ich finde es sehr interessant. Auch wenn es die Charakteristische Charaktere gibt, ist es so wichtig. Ja. So, again, we do this, again, as I've talked about before, some, an earlier donation, after the word, so the, the studio who developed this, were kind of also involved in Bravely as well, so Bravely before and Bravely second games on the 3DS, kind of like very interesting, it's kind of like the Final Fantasy games, that I haven't wanted for a while, but I haven't got, so it's kind of nice to see you that, elements of those games coming up, specifically the break and boost system, that you normally like default to gain BP and then break, or I will boost to get it, and go in, so, it's kind of like a nice evolution of that system, I've noticed, and I kind of found, the way that they kind of responded to reception from when there was demos, at the beginning, I'm not sure if you guys remember playing, there was no demo, and how they always gave you extra BP, regardless of whether you actually boosted in a previous turn or not, and I think, I remember when Blue, so Blue, so Blueza, one of the members of the community, he and I used to do runs of the demo when it first came out, just Primrose and Olberic, just that chapter one bit, and, yeah, it was a very, very different strat, and kind of how they adapted to that, and that, that feedback, and made the game much more strategic, by having you actually have to manage, well, if I use my break here, I'm not going to get any BP back, how do we get around that, and that's where you can see, you know, Jell-O's been introducing all of the Pomegranate strats, and, yeah, and, Larry, Greenberg is going on, yeah, that's exactly where we get around, and I'm sure about that, and that's where the Greenberg, yeah, category, yeah, it is, effectively, costs you like a hidden BP every time you boost, but it does affect the routing in a lot of the fights, because if you're just doing one or two boosts like every other turn, you're gonna lose a lot of BP, of course, exactly, Larry, it's pretty crazy how, und ja bitte deine privaten Messages ja ja bitte kommen ja und ich muss jetzt sagen wir werden jetzt zu dritt nein ist er schon da? ah da ist er hi Benja hi ok ich hab gerade gefunden wo wir sind es ist ja noch ja ok es ist noch ziemlich am Anfang ja wir haben halt alles vorbereitet erst nur mhm ok 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 als nächstes machen wir dann mit nach dem Kreds machen wir dann mit Elfen weiter und ähm ja Larry für Gardera muss man seine acht Charaktere in zwei Gruppen aufteilen ähm ich hab von Speedruns oder von den Strategien diesen also dem Run eher weniger an und ich kenne halt generell weiß ich ungefähr was die jetzt in den einzelnen Kämpfen machen werden bis auf Gardera und eventuell die äh zusätze die Bosse für die zusätzlichen Klassen ähm in der Spiele halt noch ein bisschen mehr als ich ich hab's ja ich hab's etwas länger gespielt auch wenn ich würdest du ja gerne auch länger spielen ja ich muss aber zugeben ich hab tatsächlich Gardera auch noch nicht besiegt ich bin nicht gut genug dafür mhm ja irgendwann mach ich immer einen Fehler der ist dann vielleicht kriegst du ja jetzt ein paar Anreize wie du die machen kannst ja mal schauen ja ja Elfens zweites Kapitel ähm Elfens zweites Kapitel Elfens zweites Kapitel ähm die sich äh die sich erstmal als ziemlich ähm großzügige großzügige Apothekerin äh darstellt äh darstellt und mit der Zeit äh passieren dann immer mehr seltsame Dinge bis man dann bemerkt dass Vanessa eigentlich doch nur aufs Geld aus ist und um sie dann halt zum Aufgeben zu zwingen also erstmal nur mit ihr zu reden und sie zur Rede zu stellen äh folgen wir ihr dann in eine Höhle äh das äh 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 ähm äh das 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 äh das das äh 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 If I sum it up, though, I'll get it completely wrong. It might be funny, but I wouldn't be correct, so I'll let someone else do that. Ja, wir kaufen natürlich, das Sharpnod war... Genauigkeit, wenn ich mich nicht erinnere, und das andere hab ich nicht genau gesehen, das ist... Leider auch nicht genau in den Notes drin gerade. Oh, er erzählt auch gerade nochmal, sie vergiftet mehr oder weniger, beziehungsweise sie gibt absichtlich Medikamente mit starken Nebenwirkungen, damit sie dann ihre eigenen Medikamente für vollkommen überholte Preise ähm, eher weniger fast schon verpflichtend verkaufen kann, und Elfen will sie jetzt halt zur Rede stellen und aufhalten. Ähm, im Moment haben wir durch Tressa, Cyrus und... Zerion, die drei werden während der Charaktergeschichten immer dabei sein, und äh, Cyrus ist immer noch Herzmagier, ähm... Tressa ist Tänzerin, Zerion ist zusätzlich noch ähm... Händler und Elfen sieht aus, als wäre Krieger noch. Sehr geil, wie eigentlich... ... die ganze Pharmaindustrie halt, ne? Ja, und ansonsten, äh, die Grundklassen von den vielen sind Gelehrter, ähm, Händler, Dieb und Apotheker. Äh, ja, ähm... Äh, ja, ähm... Harry, melden, melden und blockieren, fertig ist. Wir können das halt nicht gegen Tue selber machen. Einfach melden und blockieren, das haben wir, kriegen wir auch solche... Kann man leider nicht ändern, verhindern. Ja, auch hier wieder, ähm... Erzmagier ist... ... sehr stark, um es mal nicht auszudrücken. In dem Fall haben wir... ... mit Eis zuerst gebrochen, dann am Ende mit... ... Feuer besiegt. Oh, wie jetzt alle antworten. Eisüberflutung. Ja, und... ... jetzt, äh... ... nehmen wir den dritten Teil von Kids Quest an. Und zuerst stehlen wir noch das Primeval Rope und... ... ich glaube, das war ein Item, mit dem wir, äh... ... R5 Fähigkeitskonkoct... ... mixen, wahrscheinlich, äh... ... benutzen können. Ähm, und jetzt machen wir als nächstes Cybers drittes Kapitel und... ... wir sind jetzt in, äh, Stongard, ähm, auf der Suche nach einem... ... nach dem ursprünglichen Übersetzer von... ... äh, wie heißt es? ... From the Far Reaches of Hell, dem verlorengegangenen Buch. Und... ... dementsprechend müssen wir jetzt erstmal, ähm... ... müssen uns durchfragen. ... waren dann, dass der, äh... ... Übersetzer, beziehungsweise Buchbinder... ... eigentlich, äh, mit... ... keinem reden will, wirklich. Und... ... reden dann erstmal mit anderen, die ihn eventuell kennen, um dann... ... ihn dazu zu bewegen, aufzumachen. Nein, Larry, das ist die Rebecca, nicht die Marie. Warte, um... ... sorry, sie musste jetzt sein. Und... ... naja, es haben wir für, ähm... ... haben wir Cyrus noch ein Amulett gegeben, das 50 extra SP, äh... ... erleiht. Und lernen jetzt noch ein paar Skills zu wohnen mit, äh... ... äh, mit Cyrus haben wir jetzt noch zwei Sorcerer-Skills gelernt. Ich... ... gehe mal davon aus, dass einfach die... ... nächsten waren auf der Liste. Und dadurch haben wir jetzt Elemental Aid und Stronger Strikes bekommen. Ähm, Elemental Aid erhöht den Schaden von Elementaren Angriffen, wenn man die... ... Schwäche des Gegners trifft. Und... ... Stronger Strikes, äh... ... verdoppelt, glaub ich, den Schaden... ... oder erhöht den Schaden enorm, dafür kosten aber auch die Zauber doppelt so viel. Naja, mach mal zweimal so viel Schaden, das ist halt der Kampfschnelle. Moment. Ich hab's mir etwas runtergedreht, das sollte jetzt besser sein, wenn es von mir kam. Und... ... Elfen hat jetzt noch, ähm... ... Haylen Harty bekommen, das erhöht, ähm... ... seine HP um 500, was... ... ne Menge ist. Ja, Der Standardprozedere für zufällige Kämpfe ist einfach im Cyrus-BP-BP gespendet und dann wird er einfach sofort getötet. Wir wurden dann, als wir ins Haus gegangen sind, wir wurden von Lucia in Ivans altes Wohnhaus gelockt und da dann eine Falle und wurden dann von einer unserer Schülerinnen gerettet, diese wurden aber kurz darauf von Yvonne gefangen genommen, um zu experimentieren mit ihr und jetzt befreit Cyrus sie natürlich. Ja, Kampf beginnt mal wieder damit, dass wir Elemental Break verwenden. Es sorgt auch dafür, dass der Gegner 50%, glaube ich, mehr Schaden nimmt, also es verringert seine elementare Beteiligung. Ja, waren 50%. Ja, und man sieht ja, dass er tatsächlich sogar schon die Damage Cap von 9999 trifft. Erzmarke halt. Ja, und fürs Erste können wir diese Damage Cap auch nicht brechen. Ja, das ist immer das Verwirren, ich kenn's leider nur auf Englisch, weil ich meistens ein wenig spiele. Und dann machen wir jetzt mit Fairens 3. Kapitel weiter. Bis jetzt, da wir halt mit Cyrus komplett Overpower sind, kein wirkliches Problem. Wir sind jetzt hier auf der Suche nach dem Schwarzmarkt, müssen dafür dem Informanten erstmal Wein geben. Ähm, Damage Cap ist standardmäßig 9999, ähm, der Stratege, oder Warmaster auf Englisch, ähm, hat aber eine passive Fähigkeit, die das auf 99999 anhebt. Dafür müsste man den natürlich aber erstmal freischalten. Das werden wir auch noch demnächst machen, das dauert aber, glaub ich, noch ein... ne, es dauert nicht mehr ganz so lang. Es kommen noch ein paar Bosse davor. Ja, jetzt wo wir am, ähm, Schwarzmarkt angekommen sind, äh, versucht er erst, äh, aufs Spaß die... Maske von ihm zu stehlen. Normalerweise ist, äh, eigentlich so, dass man eher, äh, in der Stadt vom, äh, Barkeeper, die... List, äh, eine, ich glaub... Das war das... Äh, genau, das, äh, Black Market Inventory, also im Grunde Inventarliste vom Schwarzmarkt stiehlt und dadurch dann wieder reinkommt. Und, äh, leider hat jetzt, äh, Darius, der, äh, ehemalige Verbündetzer von, ähm, Farron und jetzt eigentlich Erzfeinds, den dritten, äh, dritten, äh, Drachenstein, hab ich auch immer... Wagonstone gestohlen und jetzt rennen wir hinterher, äh, und versuchen den auch zu bekommen. Nein, 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 niemals, niemals. Der Kampf ist... ...sehr leicht. Ja, einmal Fireball. Ziemlich schwach, die Gegner. Zwischengegner gewesen war. Tja. Tja. Ah ja, und jetzt sehen wir gerade den Verrat von Darius an, ähm, Farron und... Auch der Grund, warum Farron eigentlich keine, äh, Verbündeten haben möchte. Tja. Statt Darius kämpfen wir jetzt aber nur gegen seine rechte Hand und eigentlich einzigen, äh, wirklichen Verbündeten Gareth. Gareth. Ja, der Kampf ist auch... ...sehr einfach. Wir geben wieder Cyrus, äh, BP. ...verteinigen einmal mit Cyrus. Ähm, verwenden, äh, wir brechen tatsächlich, äh, äh, wir brechen tatsächlich, äh, äh, wir brechen tatsächlich Darius noch zuerst. Beziehungsweise, äh, Darius Gareth, beziehungsweise wir fangen schon mal seine Schäle zu verringern. Kriegt er nochmal BP gespendet, sonst... ...nächste Runde wird er dann auch schon sterben. Gareth. Ähm, I think the Dragonstone's... ...something something related to Caldera, I don't know who that is still, but... Oh yeah, the, 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 I can't do them as well, ähm, I'm not mistaken. Ja, die ganzen restlichen, ähm, Storybosse, die werden auch sehr ähnlich ablaufen. Ja, das ist... Erzmalgehalt. Erzmalgehalt, genau. Ähm, 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 äh, 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 Tänzer und Zendler. Zum Unterstützen. Ansonsten würde es auch bei weitem nicht so schnell gehen, wenn halt nicht noch der Schaden zusätzlich erhöht würde. Das PP-Abgeben ist halt einfach sooo viel zu stark. Ja, aber... Man muss halt auch erstmal drauf kommen, es einzusetzen, und casual wird man es wahrscheinlich eher seltener machen. Ich hab's von Anfang an eingesetzt, weil ich's schon gesehen hab, das kann, kann ganz schön, kann ganz schön stark sein. Ja, also, wenn man, wenn man casual drauf kommt, dass, äh, BP-Spenden und vor allem halt, äh, die angehörtenen Hilfen sehr stark sind, eigentlich nicht stark, eigentlich komplett kaputt sind, dann, ähm, ja, kann man großteil vom Hauptspiel einfach komplett cheesen. Wenn man hier ganz klar sehen kann. Ja. Was wahrscheinlich eher seltener gemacht wird, ist, dass man, äh, sich so früh den Erzmagier holt. Ja, das hab ich ja auch schon erzählt, das macht man eigentlich viel später. Aber durch die ganzen Items und Vorbereitungen, die wir grad, äh, äh, da vorher gemacht haben, haben wir's halt hingekriegt. Ja, vor allem halt dadurch, dass sie den Kampf komplett durchgeräutet haben. Er hat auch einige Stunden hier sogar vom, vom Run weggenommen, sogar ein bis zwei Stunden. Hm, ja, ohne den Erzmagier wär das deutlich langsamer und auch geldintensiver. Das, was die Veteranen vorher gemacht haben für Geld, macht der Erzmagier einfach so. Hm, ungefähr. Ja, wir sind in Alphins drittem Kapitel und wir sind jetzt in Sainsbridge und treffen dann auf einen Verwundeten, äh, oder auf Verwundeten, äh, ich glaub wir treffen auf einen Verwundeten und fragen, also wir gehen erstmal in eine der, in die Taverne, trinken bisschen was. Entschuldigung? 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 Nein, 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 wir sind Apotheko. Was wir tun, ist, wir helfen Menschen, egal ob ihre Stationen und fragen dann rum, ob irgendjemand Hilfe benötigt. Ähm, ähm, und, ja, treffen dann, äh, per Zufall auf Miguel, der ziemlich stark verwundet ist. Ja, in der, in diesem Kapitel treffen wir dann auch auf, ähm, Ogun, der eine komplett andere Ansicht hat, nämlich, dass eben nicht jeder Mensch, äh, tatsächlich, im Gegensatz zu Elfen, ist der Ansicht, dass, äh, jeder Mensch es wert ist, geholfen zu werden, bzw. dass jedem Mensch helfen muss. Und, ähm, Ogun, den er jetzt da getroffen hat, der hat eine komplett andere Ansicht, nämlich, dass es Menschen gibt, denen es, bei denen es nicht wert ist, die es nicht wert ist, geholfen zu werden. Und, ähm, es hat einen Grund, der wird jetzt aber in dieser Geschichte noch nicht erzählt. Nachdem wir, äh, Miguel, ähm, geheilt haben, ist er am nächsten Tag verschwunden und macht natürlich, äh, sofort mit seinem Banditendasein weiter und nimmt einen kleinen Jungen als Geisel. Und jetzt lernen wir mit Schietencharakteren wieder neue Fähigkeiten, ähm, mit Cyrus lernen wir jetzt den, äh, Dunkelzauber, wie auch immer das auf der, der Tenebrae Operia. Tressa, äh, wird wieder zum Jäger gemacht, Farron lernt einfach mal alle, äh, Zauber vom Kleriker. Und Elfen wird jetzt zum Tänzer und lernt dafür Peacockstrut und Moldens, also, äh, Magie, magischen Angriff hoch und Verteidigung hoch. Und Cyrus bekommt, hat jetzt auch noch die Fähigkeit für, äh, Moment. Kann auch sein, dass tatsächlich, dass ich mich bezahlen habe, dass dieser hier ist nur für Schwächensinnen, der andere als generell elementare Angriff verstärkt hat. Kann auch umgekehrt sein, ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, leider. Und Farron hat jetzt, ähm, Evil Ward, das ist, ähm, gelernt, das ist, beziehungsweise Auskuss bekommen, das verhindert Rückangriffe. Und, äh, Saving Grace, das sorgt dafür, dass er über seine maximalen HP sich heilen kann. Beziehungsweise, solange er unten runter ist, kann er über seine maximalen HP geheilt werden. Also, ähm, Elfen natürlich, ähm, die passive Fähigkeit, die Buffs um eine Runde verlängert. Ja, Kampf läuft wieder sehr ähnlich, nur dieses Mal kommt, ähm, Cyrus auch noch, ähm, die göttliche Fähigkeit vom Kerika, äh, als Buff und dadurch werden alle Fähigkeiten doppelt eingesetzt. Beziehungsweise alle Eingriffe. Und dementsprechend, äh, wenn er dann einmal, äh, maximales Level, äh, Zauber, maximal Level Zauber einsetzt, dann wird er den halt direkt danach nochmal einsetzen. Und es verursacht dann halt nochmal deutlich mehr Schaden. Glaubet doppelt so viel. Ja, so ungefähr. Ja. Und, ja. Ich kann halt jetzt nicht mehr viel zu Storylines sagen. Ja. Wir sind wieder in Whispermill, wir, ähm, stehen noch, stehen noch was, wir kaufen noch, stehen noch ein, äh, Seenstein, kaufen ein weiteres Accessoire, um ERP zu erhöhen. Ja. Wussten das dann direkt bei, äh, äh, für Tressa aus, über dem, was sie zuvor hatte, weil es halt deutlich stärker ist. Doppelt so viel, also 1000 über 500. Und dann gehen wir zum, äh, Schrein der Sternenseerin. Da ist sie ja. Sternenseer. Hört sich, hört sich an wie so ne Buffer-Klasse, beziehungsweise Heiler. Äh, es ist tatsächlich auch hauptsächlich Buffs. Also sie hat einen Angriffskill, äh, der, ähm, einen Wind-, Licht- und Dunkel-, äh, äh, elementaren Angriff hintereinander ausführt. Aber ansonsten sind es hauptsächlich Buffs, ja. Stärker Buffs als die normalen, oder? Ich überlebe gerade. Einer ist, ähm, also, oh Gott, ich hab sie jetzt nicht alle im Kopf, Moment. Die Skills sind, einmal Shooting Stars, das ist halt, einmal, das ist der Skill, der, äh, an allen Gegnern einmal Wind-, Licht- und Dunkelschaden zufügt. Dann, ähm, BP Boost. Für, äh, zweimal Level-Züge bekommt der, äh, analysierte, äh, Charakter doppelt so viele BP, also zwei statt einem. Ähm, Divination erhöht die kritische, äh, Trefferrate, was jetzt, solange man die, was jetzt bei dem Kampf wahrscheinlich nützlich sein kann. Ähm. Ähm, Starsong erhöht physische Verteidigung, elementare Verteidigung, Geschwindigkeit und Ausweichen. Ähm, Celestial Intervention, äh, kann sowohl auf Verbündete als auch Gegner eingesetzt werden. Bei Verbündeten verhindert es Debuffs, bei Gegnern verhindert es Buffs. Okay, das ist, ähm, ja, dann noch Ethereal Healing, das ist im Grunde, äh, Region auf die ganze Gruppe. Und, ähm, Moons Reflection, das, äh, sorgt dafür, dass man für, äh, ein, zwei, drei oder vier, äh, Angriffe physischen Schaden kontert. Oh, okay. Ja. Mit Magie kontert oder normalen Angriff? Hm? Was? Normalen Angriff oder Magie? Nein, äh, das sind physische Angriffe, die man dann kontert. Für halt, die Anzahl der, äh, BP, die dafür ausgegeben wurden. Ja. Hauptsächlich für, äh, jetzt im Shooting-Style haben wir auch, was war's, die Wind- beziehungsweise Sturm-Amulette ausgerüstet. Die Sturm-Amulette verringern tatsächlich Wind-elementaren Schaden um 90%. Also, sie verringern es tatsächlich auf, äh, auf, äh, Eins-Ziffer, äh, Schadenspunkte. Die Wind-Amulette sind, glaube ich, 30% ungefähr. Habe ich es leider nicht genau im Kopf. Und, ähm, noch ein weiterer Effekt, den, ähm, Starseer haben, ähm, die erste passive Fähigkeit sorgt dafür, dass man mehr, äh, JP, aber am Ende von einem Kampf bekommt. Muss nur einmal ausgerüstet werden, das gilt dann für alle. Oh, wow! Ja. Dementsprechend ist es sehr nützlich, wenn er den jetzt holt, denn JP ist das, was am ehesten noch Probleme machen kann. Passiven Fähigkeiten und alles nicht hat. Aber das mit dem Cleriker, die Divine-Skill vom Cleriker mit dem Doppelzauber ist ja richtig. Ja, also die ganzen, äh, göttlichen Skills sind ziemlich kaputt, wenn man sie richtig einsetzt. Ich habe, glaube ich auch, ich glaube, der vom Scholar war auch sogar so, dass der nächste Spell 200% mehr Schaden macht? Äh, der, der vom Scholar, äh, sagt, ähm, statt Gruppenangriffe sind die Spells dann Einzelangriffe, dafür verursachen sie aber halt doppelt so viel Schaden, glaube ich. Ah. Aber die meisten Gegner halt Einzelgegner sind für, die wir das dann brauchen, ist das kein großes Problem. Also es ist sehr hilfreich dann. Wir haben den Damage Cap sowieso. Ach, nicht mehr lange. Wir gehen jetzt... Nach Steora gehen wir jetzt zu Balogar, das ist die Runenklinge. Also dann holen wir uns den, äh, Runenfürst auf Deutsch heißt der, glaube ich. Der ist auch sehr kaputt. Der ist wirklich heftig, finde ich. Der ist wirklich gut. Ja. Also... Ja, also... Boah. Die ganzen Runen, die er hat. Ja. Jetzt, in Everhold haben wir jetzt noch ein paar, ähm, Torcerous Robes gekauft, die erhöhen, glaube ich, den magischen Angriff. Sehr nützlich. Und ich glaube, sie haben auch mehr, ziemlich viel elementare Verteidigung, was natürlich auch sehr nützlich ist, wenn man gegen einen hauptsächlich magisch angreifenden, äh, Gegner kämpft. War das nicht so, dass der Runblade Elementare abgeben kann, also Elementarschaden abgeben kann für Verwinderter? Ja. Ja, also der, also als Gegner hat Balogar hauptsächlich als Elementare Angriffe, die dann auch noch Zusatzeffekte haben, die man dann halt verändern muss. Dafür haben wir ja aber den Apotheker dabei. Und, ja, bevor wir jetzt gegen Balogar kämpfen, haben wir Tressa noch zwei Starseer Skills beigebracht, damit sie als, ähm, Hard Worker, also, äh, die Extra-DVP-Fähigkeit lernen kann. Was heißt, man kann mehr BP zu Cyrus geben? Nein, nein, mehr JP, also... Äh, JP. Ja. Jobpunkte, Jobpunkte. Jobpunkte, genau. Eben, das heißt, sie kann mehr Skills lernen. Alle anderen auch. Alle, die in der Party sind, bekommen den Effekt zu spüren, was sehr nützlich macht. Ja. Ich finde einfach, die Bosse sehen so klasse aus. Ja, die, ja, die Boss-Twights haben sie wirklich gut gemacht. Aber ich glaube, der Hauptgrund auf der Sicht, warum die so groß sind, ist halt, weil sie eigentlich, weil sie halt wirklich, äh, die sehr, äh, detailliert machen wollten. Das liegt mir auch. Erstens das und, oder erstens das und zweitens, du willst halt Bosse haben, die, wo du auch sehen kannst, dass es Bosse sind. Ja, ja, sie haben andere Grundsätze auch, damit sie als, äh, beeindruckender wirken. Einschüchternder. Ja, die, äh, generelle Taktik hat sich immer noch nicht viel geändert. Wir brechen jetzt in dem Fall mit halt, äh, Ternable Operator, also dem dunkel-elementaren Angriff. Heilen zwischendurch immer mal wieder. Ah, okay, ja. Teryon hatte nicht genug AP, deswegen hatte er Saving Grace, um halt über seine maximalen AP-Gehalt werden zu können. Da hat man jetzt wieder gesehen, ne, den Buff, der, diese Spritze, die man hat. Ah, ja. Da kann man keine Statuseffekte mehr abkriegen und der Gegner scheint wohl Statuseffekte zu machen. Genau, mit dem ersten Angriff nach, äh, wenn, äh, aus dem Bruch raus, ähm, wird er einen entweder, mit dem getroffenen Charakter entweder stun oder einschlafen lassen. Und um das zu verhindern, haben wir halt, ähm, mit der Tänzer-Fähigkeit ihm erstmal die Möglichkeit gegeben, halt, auf alle diese, den Effekt auszuüben. Also mit der göttlichen Skill von Tänzer, äh, werden als Buffs auf alle ausgeweitet, also gezielt eingesetzte Buffs. Und dann haben wir halt die Runde darauf, uns allen Immunität gegen Schlafstunden und andere Status-Beeinträchtigungen gegeben. Ich finde einfach diesen Dunkelheizangruch sieht so heftig aus. Mhm. Oh, Refreshing Gem. Ist auch nützlich. War das sowieso ein Elixier? Refreshing Gem, äh, genau, heils alle HP, beziehungsweise heil dich für deine maximalen HP und, äh, heil dich für deine maximalen SP. Okay. Äh, Dominik, äh, Dominiki 3, sie vernichten Bosse. Genau, im Moment ist es, äh, sie vernichten Bosse. Besiegen sie nicht, die vernichten sie einfach. Herzmagier sei Dank. Und wenn du dann allgemein meinst, ist es ein Speedrun-Marathon. Wir speedrunen gerade Octopath-Traveler. Genau, und jetzt, nach dem Kampf haben wir für, äh, mit Cyrus 5 Krieger-Skills gelernt, um dann Surpassing, oh stimmt, Surpassing Power war nicht vom Stratege, das war ja nur vom Krieger. Ich habe mich vertan, ja. Äh, jetzt mit Surpassing Power, äh, wird die Damage Cap auf 99.999 gesetzt. Und, ja, also 16k-Hits sind jetzt wahrscheinlich normal. Äh, je nachdem, äh, mit gegen welchem Bosse wir kämpfen. Bei Winnhild eventuell weniger. Das ist unser nächster Gegner. Ja. Bevor wir raus sind, haben wir übrigens noch eine Kiste eingesammelt, die 50.000 Leaves drin hat. Ja, okay. Nehmt, die Restream-S, dass die das spielen, dass die Bosse vernichten. Ähm, danach kommt... Danach... Darf ich mal lügen? Kingdom Hearts, Final Mix. Ja, danach kommt Kingdom Hearts dran. Jaja, Gegner ist auf dem Weg, den werden wir jetzt wahrscheinlich wieder, äh, zerstören. Okay. Ja, etwas weiteres Wichtiges, ähm, wir haben mit Tressa jetzt Sidestep und Transfer-Rune gelernt. Sidestep, ähm, lässt uns Angriff, einen Angriff pro Level ausweichen und die Transfer-Rune sorgt dafür, dass, ähm, auf einen selbst, nur auf einen selbst anwendbare Buffs auf alle ausgeweitet werden. Sidestep zählt dazu. Das heißt, jeder darf einen Angriff ausweichen. Genau. Rune Hills greift nur physisch an und dadurch, dass wir halt Sidestep und Transfer-Rune haben, können wir halt dafür sorgen, dass alle unsere Charaktere, äh, den Angriffen erstmal ausweichen können. Was sehr nützlich ist. Ja. Okay. Okay, das lief schon mal gut, Tressa ist nicht gestorben. Ja, ihre Schwäche ist auch wieder winzend, wie es aussieht, auch Eis, wenn es in den Notizen steht, auch mit Eis drin ist, zum Brechen. Ja. Nächste Runde werden wir dann mit Tressa Sidestep, maximal aufgeladen, Sidestep verwenden. Äh, Rune Hills ist schwach gegen Stab, Eis, Wind und Dunkelheit. Ja, okay. Etwas mehr als 10.000 Punkte Scherben. Mhm. Und, ja, was auch Paul gerade gesagt hat, das ist sogar noch ohne Elemental Break. Also, das kann man dann nochmal auf so 15.000 bis 16.000 erhöhen damit. Und diese Klasse ist auch wieder sehr, sehr stark. Ja. Vor allem ihre, ähm, der göttliche Skill von der Klasse ist das, äh, ein Angriff mit jeder Waffe gegen alle Gegner. Das sind sechs verschiedene Waffen. Ja, und du kannst halt alle Waffen mit dieser Klasse benutzen. Genau, man kann mit dieser Klasse alle Waffen verwenden. Was an sich schon sehr lustig ist. Und da, uh, 80.000. Mit, okay, das ist, glaub ich, mit, äh, Snatch was nochmal die, äh, Menge verdoppelt. 80.000, damit können wir immerhin fast dreimal Veteran verwenden. Oder alternativ eine Menge Items kaufen. Ja. Auch in diesem Kampf haben wir dann einmal als, äh, gestohlenes Item und als, äh, Drop am Ende Revitalizing Jam bekommen. Ja. Genau, der, äh, Stratege, der Warmaster hat auch eine sehr nützliche passive Fähigkeit, nämlich, ähm, extra Erfahrung. Man kriegt, äh, dadurch kriegt, durch diesen Skill kriegen alle, ähm, Charaktere halt mehr Erfahrung. Genau. Ja, genau. Er hat bisher nur Level 36, äh, Level 36 Charaktere. Mhm. Ja, das wird noch ein bisschen hochgehen, glaub ich. Halt hauptsächlich für die drei Charaktere, die er die ganze Zeit schon dabei hat. Die Sache ist halt einfach die, wenn man halt, äh, früh im Spiel, zu früh im Spiel Erzmagier kriegt, die, äh, extra klasse ist, ist halt ein bisschen stark und kommst halt ein bisschen schnell voran. Mhm. Ja. Du brauchst halt nicht grinden. Haha. Du brauchst halt nur den. Mhm. Kompletten Strategien sind halt wirklich darauf ausgelegt, dass wir, ähm, dem Erzmagier, äh, äh, schaden, äh, magischen Angriff erhöhen, gegnerischen magischen Verteidigung senken, extra Angriffe und natürlich, äh, helfen beim Brechen. Ja, wir sind jetzt in Orwell und wir treffen wieder auf Ogun und in der Stadt sind einige kranke, äh, Leute. Während wir dann abends mit ihm reden, merken wir, dass Ogun ziemlich stark, also auch wenn wir mit den, ähm, kranken Leuten reden, merken wir, dass Ogun an sich, äh, ziemlich stark zittert, äh, seine Instrumente nicht richtig haben. Und eigentlich auch krank ist. Und, äh, wir treffen uns dann mit ihm in der, in seinem Raum im Inn und merken dann, dass er dieselbe Krankheit hat, die Elfen vor Jahren hatte, äh, als er von Graham gerettet wurde. Ja, durch die ganzen Flashbacks gerade eben haben wir dann erfahren, dass wir dafür eine, äh, Feder von einem Oger-Adler brauchen. Und, äh, zufälligerweise, äh, leben, lebt genau so ein Tier, äh, im Wald hinter Orwell. Wer hätte das erwartet? Es hätte auch sein können, dass es keiner mehr gibt, äh, Triss bis tot. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Und, äh, Schraun. Okay, für ein Curious Blumen, um als gegen die Status Beeinträchtigung immun zu sein. Okay, dann braucht ihr jetzt noch nicht, braucht ihr auch nicht den Tänzer Skill, um das machen zu können. Warum ist eigentlich hier immer eine von den Bächen immer frei und die anderen weg? Das ist einfach nur Mechanik bei dem Boss, dass der am Anfang nur eine Schwäche hat und die anderen noch blockiert sind. Ah, okay. Im nächsten paar Gegner werden, glaube ich, alle so drei Runden brauchen jetzt. Mhm, ja. Und die auch so. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte eher, das wäre so ein Adler mit einem Knüppel in der Hand, äh, äh, Schnabel. Und ja, durch die Feder können wir jetzt Ogun heilen und er weigert sich tatsächlich, er hat sich eigentlich ursprünglich geweigert, weil er selbst von sich sagt, dass es nicht wert ist, geheilt zu werden. Weil er damals, er hat damals einen verwundeten, eigentlich Banditen aufgenommen, geheilt und der hat dann halt, als dieser ausgehalt war, seine Frau getötet und seitdem, äh, weil er sich halt rächen wollte, hat dann Ogun wiederum, ähm, den Mörder getötet. Und seitdem ist er halt rumgezogen, hat anderen Menschen, äh, geholfen, aber sich selbst halt gar nicht. Auch nicht, als er eigentlich todkrank war. Und er möchte eigentlich auch nicht von anderen irgendwie bemitleidet werden oder geholfen werden, eben weil er selbst sagt, äh, dass er es nicht wert ist, geheilt zu werden. Wie man halt jetzt sieht's durch die Fähigkeit vom Starseer ist halt jetzt, äh, passiven Kaufen. Ganz viele. Mhm. Und, ja, mit Farron haben wir jetzt drei Starseer-Skills gelernt und, ähm, dadurch können wir, haben ihm Boost-Start beigebracht. Die Fähigkeit sorgt dafür, dass man am Anfang von Kampf-Start einen BP, zwei BP zur Verfügung hat. Und, ähm, Elfen hat den Rest seiner Apotheker-Skills gelernt und die ersten fünf, ähm, der, ähm, Jäger-Skills. Ähm, so, pretty much... Ich muss nicht sagen, der Boss, der jetzt kommt, tut mir echt leid. Ja. Ja. Weil wir machen jetzt den erst, die erste Story von Ulverick, von einem neuen Charakter. Und, ja, mitunter Schaden... Der Kampf ist, äh, sehr schnell vorbei. Der Arme. Also, ähm, der, dieser, äh, oh, es kommt sogar noch ein Zufall, der Kampf vorher. Dann wird dieser noch wegrennen. Kommt ja noch dazu, dass er sogar den Gegner noch überrascht hat, was eigentlich komplett unnötig war. Es hat nur Zeit ge... Ein bisschen Zeit gekostet. Und, ja. Einmal Fireball. Es ist noch nicht mal ein, äh, doppel... Es ist noch nicht mal zwei Treffer, es ist nur ein einziger Angriff. Bye-bye. Jetzt, jetzt heißt es einfach, die Story durchhauen mit den Charakteren, die wir noch nicht hatten. Ja. Und dadurch, dass sie jetzt, äh, extra JP und extra XP bekommen, kriegen halt die Charaktere auch während den Geschichten... Einiges mehr. Die Anfangsgeschichte von Ulbricht ist, ähm, es ein, ähm, ja, mehr oder weniger Söldner oder als, äh, Heckenritzer hat er sich selbst genannt, äh, der, äh, der, äh, die Stadt Cobblestone verteidigt und, äh, ja, dann kommen auf einmal, ähm, ähm, eine Truppe Banditen und, äh, ein kleiner Junge namens Philipp wird's gestohlen und... Er geht's hier dann los, um ihn zu, ähm, ähm, retten und, äh, dann am Ende, ähm... Beziehungsweise auch, um, erst mal, um, ähm, weil er von Gastor, also dem ersten Boss, erfahren hat, dass Erhard noch lebt, dass er erst mal, ähm, Racher an ihn nehmen will. Und jetzt sind wir in seiner zweiten Geschichte. Und in der, ähm, ähm, nehmen wir jetzt an einem Turnier teil, um halt am Ende gegen einen weiteren von, ähm, Erhardts ehemaligen Verbündeten kämpfen zu können. Und, ja. Wir treten jetzt in den Turnierern, kämpfen uns erst einmal, äh, gegen ein paar Gegner vorher, vor dem, äh, Kolosseum vor der Arena, um überhaupt Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, die Kämpfe sind nicht sonderlich schwer. Ja, und die Kämpfe später, die können wir dann tatsächlich auch mit unserer gesamten Partie durchgehen, was sie wieder etwas trivial macht. Einfach brechen und dann großen Seelenstein. Jupp, einfach brechen und dann mal den Seelenstein drauf fahren. So, like, mein Schwert ist nicht gut für dich. Äh, 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 jetzt wurden, ja, jetzt wurden wir von einer, ähm, Managerin entdeckt. Ich sage es einfach mal, als erstes kämpfen wir jetzt gegen Victorino, um einen Platz im Turnier zu bekommen. Ja, tatsächlich in dem Fall war es, äh, nicht sonderlich nützlich, dass er, äh, als erstes dran kann mit Cyrus. Wir wollten ja eigentlich erst mal, ähm, wir wollten ihm eigentlich erst mal noch einen weiteren BP geben. Und jetzt geht's weiter in der Arena. Wir sehen irgendwie alles gleich aus den nächsten Kämpfe. Hm? Wir werden einfach gleich, das sieht einfach genau dasselbe. Bei den nächsten Kämpfen hier in der Story gerade. Ja. So ungefähr passiert dasselbe. Nur zusätzlich noch, äh, Peacock Struts, also magischen Angriff erhöhen. Ja, ab jetzt ist tatsächlich, ähm, Tressa wie der Tänzerin, da wir sonst keinen mehr dabei hatten. Overweg haben wir vor den, vor den Kämpfen noch, ähm, Inside und 1000 Sperre beigebracht. Inside oder, äh, Ansporn heißt es glaube ich auf deutsch. Er sorgt dafür, dass nur er angegriffen wird. Können Sie sagen, es halt keine Gruppenangriffe sind. Und, äh, 1000 Sperre ist dasselbe wie, äh, äh, Pfeilregen. Also, es greift ein Zufall in den Gegner, äh, mit seinem Sperre 3 bis 10 Mannes. Ist halt Zufall, ob es drückt oder nicht. Trifft aber im Normalfall mindestens 3 Mal. Okay. Okay. Ja. Ja, Bowie hat jetzt gerade noch so ein spontanes Incentive angegeben, bevor man gegen Galdera kämpfen kann, muss man noch ein paar Bosse erneut besiegen und die hinterlassen dann Tagebücher oder Hintergrundgeschichten. Und er hat es mehr oder weniger angeboten, wenn bis zu diesem Zeitpunkt 135.000 Dollar erreicht werden, dann liest er die vor, anstatt das man die einfach geräumt. Hey Ulbric ist unser Händler, hat einfach mal 1000 HP da durchbekommen. Naja, die Standardskills, ah doch die Standardskills für einen Händler, also TP Spenden und Angehörerhilfe. Und Benia, was ist dein Lieblingscharakter und Klassenkombination? Lieblingscharakter, Cyrus würde ich sagen, war auch der mit dem ich angefangen habe. Ansonsten Klassenkombinationen. Ich glaube tatsächlich, äh... Gott, das war's. Das, was bis jetzt, was ich als, äh, so als besonders kaputte Klassen hatte, war entweder, äh, Cyrus mit, äh, Grundfürst oder Tressa mit Grundfürst, weil das halt beides enorm viel Schaden austeilen kann. Was dann auch sehr, äh, sehr schnell Kämpfe beendet. Okay, wir sind mit Kapitel 2 durch, wir haben jetzt, ähm, erfahren, dass er hat, ähm, in Westpring, äh, die Menschen verteidigt, so da als Schützer weiterkämpft. Und dann gehen wir jetzt dahin, um ihn halt zur Rede zu stellen, beziehungsweise, äh, gegen ihn zu kämpfen. Gerade reden sie, dass, äh, den, dass, äh, hinter Olbergs Quests eine, äh, Kapitel in einem Quest versteckt ist, mit dem man den Captain's Badge bekommt. Der Captain's Badge erhöht, äh, beim ausgerüsteten Charakter, die, äh, die gesammelten EXP. Was vorher durch eine andere Quest in Saintsbridge, äh, bekommen wurde, war der Friendship Badge. Der erhöht die, äh, für den ausgerüsteten Charakter, den, äh, die JP, die sie bekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, aber es hilft halt auch, um, äh, die nötigen JP zusammen. Ich glaub, Cyrus hat es auch für eine längere Zeit ausgerüstet gehabt. Bei einer der, ich weiß, oder einer der anderen Hauptcharaktere, sag ich jetzt einfach, für den Run. Ja, die forcierten Kämpfe hier, die sind ziemlich leicht, Cyrus will zu erwarten. Äh, ja, in Spielen heißt es zu redestellen, irgendwie immer dem Gegenüber alle Knochen und Bleib zu brechen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch zuerst, äh, Olbergs, ähm, Intention gewesen. Aber, äh, jetzt wo er sieht, dass Erhard halt für einen guten Zweck kämpft, halt, nämlich um Westpring zu beschützen, hat er seine Meinung auch schon so ein bisschen geändert. Tatsächlich wird er dann auch, äh, Erhard Gründe erfahren, warum er früher Hornburg, ähm, verraten hat. Und, äh, sie werden sich tatsächlich wieder verbrüdern und dann auch zusammen kämpfen. Und dann, na, nach diesem Kampf gegen den, äh, Boss der Lizard, äh, Lizard Man Chief, äh, gibt es noch ein Duell zwischen, äh, Erhard Gründe. Und danach sind sie im Grund, danach haben sie halt wieder, äh, versöhnt und er lässt ihn erstmal in Ruhe in Westpring zurück. So, like, each one of their actions will take up, like, five seconds, for whatever reason. Okay, that's what I don't want to see, but it didn't hit Sire, so. So, for each one of the, the ad attacks, that text will pop up. Or I guess not. I thought it did. But, basically, you want Sire to go in before the ads for that specific reason, otherwise it wastes a ton of time. Damit haben wir dann auch erstmal den Lizard Man Chief besiegt. Ja. Als nächstes kommt dann das, äh, Duell zwischen, äh, Barberic und Erhard. So, they have a, they have a very honorable battle here. Very honorable. Sword versus sword. Or so, you think? Ja, natürlich ist es nur eins gegen eins. So, this, this fight, I just have to get him down to one shield. So, I'm just smashing him, basically. I lost like three seconds, because Erhard went first for the next turn, but, yeah, it's good. Also, äh, eins gegen eins, abgesehen von den Eingauber-Holten-Hilfen, natürlich, den jetzt töten. Wie üblich. Was man, was man nicht mit Magie besiegen kann, da wirft man einfach Geld drauf. Mhm. Und, ja, dadurch, dass wir jetzt die Anführer der Lizard Man besiegt haben und damit, im Grunde, die Bedrohung für West Wing beendet zu haben, äh, erfahren, äh, wir erfahren, äh, von Erhard, dass der ehemalige Anführer von der Söldner-Truppe, die dann, ähm, Hamburg gestürzt hat, in mittlerweile ein, ähm, ja, Lord, also Herrscher von einem Dorf, von dem Dorf Riverford ist, von der Stadt Riverford, und, ja, wie man hier jetzt sieht, ist es nicht sonderlich schön da, also, das erste, was man sieht, wenn man reinkommt, sind es halt, ähm, die Scheiterhaufen. Ja. Cyrus bekommt jetzt auch erstmal wieder die, vier, bekommt jetzt erstmal vier Sternseer-Skills, und Tresor wird zum Gelehrten gemacht. Ja, zusätzlich zu Boost-Start, was halt von Anfang an ein extra BP, äh, verleiht, äh, hat er jetzt auch noch BP-Eater ausgerüstet, und das sorgt dafür, dass er mit, äh, geboosteten Skills, mit, äh, geboosteten Skills verursacht er jetzt noch mehr Schaden. Ja. Ja. Ja, nachdem wir jetzt, äh, unsere Stärke zur Schau gestellt haben, ähm, erfahren wir von Roland, glaub ich, das ist der, ähm, der sohn des, äh, ehemaligen Lords, äh, Fürsten der, äh, von Riverford, ähm, dass Werner die Stadt, äh, übernommen hat, indem er, ähm, erstmal für Unruhe gesorgt hat, also, ähm, er hat dens ehemaligen Fürsten, ähm, angeprangert, ihm Sachen vorgeworfen, die er nicht getan hat, und sobald er dann die Macht hatte, ähm, ... Ja, hat er halt ein Terror-Regime aufgebaut. Und jetzt haben wir uns den Weg zur Villa freigekämpft durch den Untergrund. Wir wurden leider von Werner erwartet. Der wusste natürlich, dass es diesen einen Weg gibt. Und, ja, Erhard ist uns zum Glück zur Seite gekommen. Er hat sich mit Ulbricht zusammen gegen die Lakaien von Werner gestellt. Und dann, ja, er schickt Ulbricht voraus, um Werner aufzuhalten. Und dann kümmert sich dann noch weiter um die Fußsoldaten. Ja, jetzt kämpfen wir gegen Werner, Finale-Boss von Ulbrichts Geschichte. Und aus irgendeinem Grund hat er jetzt auf einmal ein Pferd innerhalb von einem Haus. Ja, der Kampf läuft wieder ähnlicher wie auch die vorherigen, also brechen. Dann der Rekal-Skill auf den, auf Cyrus, um doppelt angreifen zu können. Dann war's das eigentlich auch schon. In dem Fall kommt allerdings auch noch Tressa mit den, äh, die örtlichen Skill des Gelehrten dazu, nämlich Elephants' Alightenment. Das sorgt dafür, dass, äh, Gruppenangriffe auf einen einzelnen Charakter fokussiert werden, dafür mehr Schaden verursachen, und er wird jetzt ne Menge Schaden verursachen, ja. 20k ungefähr pro Zeitfahr. Ja, der Kampf ist dementsprechend wieder sehr schnell durch. Und, ja, jetzt sammeln wir erst mal noch ein paar Items. Ja, jetzt sammeln wir noch ein paar Pomegranates, das sind, äh, die für die BP, ein paar, ähm, Seelensteine, äh, kaufen noch ein paar, äh, Accessoires, um die BP zu erhöhen. Ja. Danke. Jo. Hat der PC gerade nicht mitgemacht? Konnt nicht mehr reden. Mhm. Ah, ja. Das waren eben gerade 19.000 Schaden pro Angriff, und das bei einem Chapter 4-Boss? Jupp. Boah! Boah! Ey! Eieiei. Und wohlgemerkt, in dem Fall war es tatsächlich, äh, ohne die, äh, magische, die Erhöhung von magischen Schaden durch Peacock Strut oder Elemental Break. Also, das war tatsächlich nur durch, äh, den, äh, kürtischen Skill von, äh, dem Gelehrten. Nariko, bei denen ist nichts im Kopf. Die machen sich einen neuen Twitch-Account und versuchen so viel Stunk zu machen, wie es geht. Wenn du siehst, der ist für heute erst gemacht worden, der Account. Solche Leute sollten IP-Bahn kriegen, dass sie keine Twitch-Videos mehr angucken können. Keine Twitch-Streams mehr. Sollte für die gesperrt werden, für solche Leute. So richtig schön IP-Bahn. Und jetzt den Whirlspring kaufen wir von Erhard, das Battle-Tested Blade. Ich weiß leider nicht genau, was es für einen Effekt hat. Ist auf jeden Fall sehr stark. Ich glaube, es hat auch noch einen zusätzlichen, sehr nützlichen Effekt. Wir beenden auch noch die Quest für den Captain's Badge. Dadurch kriegen wir jetzt, dadurch kann jetzt ein ausgerüsteter Charakter mehr XP erhalten. Es deckt tatsächlich auch mit dem passiven Skill von den Strategen. Und wir kaufen noch eine weitere Light Nuts, die erhöht, glaube ich, die Geschwindigkeit. Entweder Geschwindigkeit oder Ausweichen. Weil letzteres eher weniger sinnvoll ist. Ihr Name ist Ligwass, ich glaube. Ich weiß nicht, wie ihr es solltet, sagen. Okay, Ligwass... No, Speednuts ist für Geschwindigkeit, würde ich sagen. Okay, dann war es tatsächlich fürs Ausweichen. Und in Sainsbury's Bridge beenden wir jetzt Quests für, um halt weiter die Voraussetzungen für Galdera voranzutreiben. Und Ligwass, die Person, mit der wir gerade auf der Brühe gesprochen haben, ist halt in beiden Fällen dafür notwendig. Und dann kaufen wir euch von diesem Schauf noch den Battletested Staff. Das ist in dem Fall der stärkste Stab, den man im Spiel bekommen kann. Und jetzt schreddern wir uns ein bisschen durch Hahnets Storys. Geschichte von Hahn beginnt damit. Sante, ihr Lehrer und Meister, Vaterfigur, ist seit einem Jahr verloren gegangen. Und jetzt auf einmal taucht ein Gesandter von einem Fürsten auf und bittet sie, Gisama, ein Gisama zu töten. Das ist ein Monster, das normalerweise nicht in der Region vorkommt, das da nur aufgetaucht ist, weil es vertrieben wurde. Wahrscheinlich von Red's Eye, dem Monster, dem Sante hinterher ist. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um Gisama. Und haben ihn zurückgekommen. Und sie ist sauer. Und dann geht es. Ja. Bist du nicht. Sie weiß noch nicht, was passiert mit dir. Das ist Spoiler. Er war praktisch wie ein Vater. Nein. Das ist, warum er so wichtig ist. Ja, die speziellen Fähigkeiten von, äh, was war es, von Hahnets ist, sie kann im Kampf Monster fangen. Und dann halt auch im Kampf wiederum verwenden zum Angreifen. Und gleichzeitig hat sie auch noch die Fähigkeit, ähm, sie kann, sie kann genauso wie Olberic gegen andere, gegen jede andere Person, fast jede andere Person kämpfen. Allerdings im Gegensatz zu Olberics, äh, Challenge, ist in dem Fall, dass sie einfach ihre, äh, gefangenen Monster auf Tink, äh, auf den Angegriffenen hetzt. Und dann dementsprechend auch nur mit diesen Monstern kämpfen kann. Bzw. mit diesen Monstern und Items. Jetzt, nach dem Kampf, ähm, kriegt sie von, ähm, den, äh, begleitet hier von Santa einen Brief gebracht. Ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt, und, ähm, dadurch entschließt sie sich jetzt, Santa hinterher zu gehen und, äh, nach ihm zu suchen. Er wurde zuletzt im Stornengard gesehen, wo wir jetzt sind. Jetzt fragen wir erst mal rum, ähm, wo wir ihn finden könnten. Ja. Das erste, was wir in dieser Stadt machen müssen, ist, gegen eine Wache zu kämpfen, oder, äh, gegen eine Leibwache zu kämpfen. Leider sind die Tiere manchmal, weil die auch levelabhängig sind. Hm? Ja, du musst halt ein bestimmtes Level haben, die alle zu kriegen, halt bei Runs. Ja, ähm, ich glaube, vom Level hängt sehr wenige ab, du musst halt, äh, das Monster, äh, weit genug runterbringen und am besten auch noch brechen, dann kannst du es fangen. Aber die Wahrscheinlichkeit zum Fangen ist halt mit Level. Äh, die steigt auch noch mit dem Level? Okay. Das ist ja von, äh, ihm hier, was haben wir jetzt von ihm gekauft? Weißt du halt nicht, was die jetzt da noch gekauft haben. Ich glaube, 4 x 2. Wenn ich meine Finger kenne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, der Weg, da lang ist etwas zerstört, deswegen müssen wir jetzt, ähm, um Wege gehen. Und, ja, jetzt, äh, kämpfen wir gegen einen Baum. Und der Baum schlägt tatsächlich auch zurück. Aber, ja, auch in dem Fall, ähm, Seensteine regeln den Kampf. Und, ja, normalerweise, äh, was wir gerade gesagt haben, jetzt, normalerweise in einem Dungeon ist es so, ähm, wenn man nicht weiß, wo man lang geht, folgt man einfach den, äh, Fackeln. Und, ähm, dieser Dungeon ist anscheinend der einzige, in dem das nicht der Fall ist. Ich glaube, hier kann man ordentliche Abkürzungen nehmen, wenn man ihn nicht folgt. Ja, ja, der Weg, der, wenn man ihn nicht folgt, ist deutlich kürzer. Und, ja, äh, ich weiß jetzt nicht, was das für Monster ist. Ja, okay, wir fangen sich mit Elemental Break an und, äh, okay, in der zweiten Runde wird der Kampf sehr schnell vorbei sein. Ja, jetzt mit, hm, Leg Hold Trap, macht sie, nochmal. Ähm, Leg Hold Trap sorgt dafür, dass, ähm, der Gegner, der durch beeinträchtigt wird, als letztes angreift. Für die nächsten zwei Mal im Levelrunden. Und nachdem wir den, äh, Fürst des Weißen Lord of Forrest besiegt haben, ähm, sehen wir Santa, wie er da versteinert rumsteht. Und ich glaube, er hat noch einen Brief, hat er, äh, während er noch versteinert wurde, letztlich abgeschickt. Und jetzt, äh, reden wir noch mit einer Bekannten, oder einer Liebschaft von, ähm, Santa. Und, auf dem Weg nach draußen, treffen wir dann, äh, genau auf dem Weg nach draußen, kriegen wir dann noch, ähm, von ihr einen Hinweis, äh, wo wir weitersuchen könnten, nämlich, äh, Still Snow. Äh, dort gibt es eine, äh, Hellseherin, wenn man so möchte, und vor allem eine Bekannte von Santa. Ja, um, äh, mit der Hellseherin reden zu können, müssen wir erstmal gegen Erdarch kämpfen, ähm, und auch in dem Fall verwenden wir einfach wieder Seensteine. Okay, einmal wird tatsächlich ein Item verwenden, äh, ein, sie hat tatsächlich, äh, weiß jetzt nicht, was sie genau auskostet, aber anscheinend hat sie ein, äh, Item auskostet. Ausgerüstet, dass, äh, äh, Blitz-elementaren Schaden erhöht. Das wirkt sich nämlich auch auf Gegenständen, also auf Seensteine aus. Ah ja, genau, die, äh, Wizard Kings Exot, wenn ich den richtig erinnere, ähm, erhöhten, äh, Blitz-elementaren Schaden. Und, ja, wir haben jetzt, äh, mit ihr geredet, und, äh, sie, äh, sagt, bevor wir, äh, jetzt gegen Red Eye kämpfen können, oder kämpfen dürfen, von ihr aus, äh, sollen wir erstmal, ähm, eine bestimmte Blume sammeln, die, ähm, wenn man sie zu einem, ähm, einer Medizin verarbeitet, dafür sorgt, dass man von Versteinerung geheilt werden kann, bevor sie komplett eingesetzt hat. Und dafür werden, wurden wir jetzt von Erdaic, äh, zu diesem Wald gebracht, weil das der einzige Ort ist, an dem diese Blumen noch zu finden sind. Und jetzt, äh, kämpfen wir gegen einen Drachen. Ja, bevor wir tatsächlich gegen den Drachen kämpfen, kriegen wir noch eine Rückblende dahin, äh, wie Santa, ihr, Hannes, früher immer wieder erzählt hat, wie er selbst mal einen Drachen besiegt hat, und dabei jedes Mal anscheinend, äh, wie es bei so Geschichten üblich ist, Details hinzugefügt, beziehungsweise es alles immer weiter aufgebläht hat. Natürlich jedes, und seine Begründung ist natürlich, dass er sich einfach jedes Mal an neue Details erinnert. Die Taktik ist wieder dieselbe wie vorhin. Da er eine Schwäche gegen, äh, Lichtschaden hat, verwenden wir das, um ihn erstmal zu brechen und dann auch direkt zu töten. Äh, Lichtschaden hat, wenn nur eine kleine Fraction der Zuschauer hat, die Begründung hat 5 Dollar jetzt, wir treffen uns das einfach. Und er ist absolut richtig, weil wir jetzt sind 4,893 Dollar. Wir haben nur nur ein bisschen über 100 Dollar, um das Incentive getroffen zu bekommen. Und wir sind jetzt aus dem Rennen, also nicht zuhören. Wenn ihr das wollt, dann kommt ihr Geld in jetzt, bitte. Ja, so, äh, Läck, Läck war, äh, was, äh, waiting für Hannes, Ja, jetzt, wo wir den Drachen besiegt haben und die, äh, Blumen zurückgebracht haben, haben wir die, äh, Medizin hergestellt bekommen. Und auf dem Weg nach draußen werden wir dann von einer alten Bekannten, äh, getroffen, die uns dann sagt, dass Red Eye anscheinend in Marcel Lim gefunden wurde. Und dementsprechend gehen wir jetzt wieder hin-zurück. Ja, das sind halt die Sachen, wo sie miteinander reden. Finde ich halt ganz cool, die Dinge. Ja, das war ein bisschen Travel Banter. Das sind so kleine, äh, Cutscenes, äh, die man durch Plus auslösen kann, die dann so ein bisschen die Interaktion zwischen den einzelnen Charakteren, äh, weiter aushalten. Alter, ähm, ausschmücken. Finde ich eigentlich recht cool. Ja, die sind meistens auch ziemlich lustig. Oh ja. Vor allem, wenn, vor allem dann, wenn sie Tressa beinhalten, weil die halt, äh, herrlich naiv ist. Sie ist halt noch nicht so lebenserfahren. Merkt man halt leider noch. Hä? Ich glaube, 18 oder 19 Jahre alt nur. Hat halt von der Welt noch nicht viel gesehen. Ja, jetzt, ähm, als wir dort angekommen sind, äh, haben wir dann, äh, nachdem wir mit den, äh, es ist Knights of Dawns gesprochen haben, äh, dann auch mit dem König von Masadim geredet und dabei erfahren, dass eine Truppe, die in die Ruinen gesendet wurde, bis auf einen, äh, versteinert wurde, der dann wieder rausgerannt ist. Und, ähm, um dann Hanus die Möglichkeit zu geben, äh, gegen Red Eye anzutreten, äh, werden sowohl, wird sowohl, halt, die Stadtwache als auch die Knights of Dawns, äh, gegen die Monster, die aus eben dieser Ruine rausflüchten, äh, gesendet, damit sie als möglichst ungehindert dort hineingelangen kann. Und ja. Am Ende der Ruin werden wir dann gegen Red Eye kämpfen. Der hat auch eine interessante Hintergrundgeschichte. Ah, wir sehen den Direwolf. Okay, wir sehen tatsächlich den Kampf gegen Managame. Das ist ja eigentlich ein Haufen Direwolf. Wieso ist der so besonders? Ist der so schwer? Das ist tatsächlich einer der, das ist, glaube ich, einer der stärksten, oder einer der stärksten Bosse, Seitenbosse, die man bekämpfen kann. Finde ich halt so cool, diese ganzen Seitenbosse noch sind so dabei. Er ist tatsächlich im Gebiet, äh, ist tatsächlich der Boss aus dem Gebiet mit dem höchsten Gefahrenlevel. Also, ähm, Forest of Purgation. Der, der der Dings von Whispermel zu finden ist. Oh, wow, der ist ja, der sieht ja wunderschön aus. Mhm. Ja, so wie es im Moment aussieht, werden wir die, äh, 2500 Dollar, die benötigt wären, damit Bowie die ganzen Tagebucheinträge, äh, liest, nicht mehr erreichen. Bisschen Zeit ist hier noch. Sie müssen noch durch komplett Spring-Ross durch. Sie müssen noch, äh, von Cyrus einen Boss machen, und von Farron kommt noch ein Boss dran. Oh, wow. Ah, dann sind wir auch schon bei Galdera angekommen. Ja. Dieser Boss hat, äh, eigentlich eine interessante Mechanik, nämlich, äh, jede Runde, äh, wechselt er von, äh, ändert er seine, ähm, Schwächen. Er hat drei Sets an Schwächen, zwischen denen er jedes Mal wechselt. Und, ja, anscheinend, ähm, wenn, äh, Red Eye sich von einem, vom gebrochenen Zustand erholt, dann verwendet er die Attacke Raw, beziehungsweise er, äh, schreit dann tatsächlich auch, und, äh, anscheinend haben sich, äh, es klingt wohl sehr menschlich, und, äh, ja, es hängt damit, äh, es hängt mit seiner Hintergrundgeschichte zusammen, wie das Monster überhaupt, äh, zustande kam, dass der so menschlich klingt. Ja, er ist wahrscheinlich einer der worsten Single-Story-Bosses in der Gegend. Eiks? Gerne wissen. Werde ich sehen, irgendwann mal. Hehe. Hoffentlich. Aber diese Storyline fand ich echt heftig. Mhm. Die ist auch ziemlich dunkel. Jep, das stimmt allerdings. Ja. Am Ende von, äh, bevor wir jetzt aus, ähm, ähm, äh, heißt es, Swarkey, äh, abgereist sind, haben wir noch den Battle-Tested Bow von, ähm, Zanta gekauft, ist wiederum der stärkste Bogen, den man im Spiel kaufen kann, was physische Attribute angeht, der Körper hat auch noch recht hohen, recht hohen Crit-Wert. Ja. Helgenisch. Hat auch nicht sonderlich viel HP, der stirbt tatsächlich auch normalerweise schon von einem, äh, Seenstein, wenn er gebrochen ist. Ah ja. Und, ähm, eine Nebenquest, die wir gleichzeitig noch in, ähm, äh, wie heißt das, Sunshade gestartet haben, war die von Ali. So lustig, du bist halt am Anfang schon in alle Gebiete gelaufen und kannst hier einfach hin und her teleportieren. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum er durch so viele Eifer nur, äh, kurz durchgelaufen ist, die er kurz besucht hat. Und ja, jetzt sind wir im zweiten Kapitel, nämlich, äh, nachdem wir, äh, beziehungsweise, wir haben hellgönisch belauscht und dadurch herausgefunden, dass zum, dass halt, äh, in, äh, der zweiten, also jetzt hier in Stillsnow, äh, einer von den, ähm, von der Obsidian-Gruppe, äh, zu finden ist. Und jetzt sind wir dahin gereist. Finden dort per Zufall, äh, eine, ähm, ehemalige Angestellte von, ganz... Von ihrem Haus? Ja, von Haus, äh, Azelhard, das war der Name. Leider, äh... Leider, nachdem das, halt, nachdem halt der Vater getötet wurde, ähm, ist die erst mal, äh, ziellos umhergereist, bis sie dann, äh, leider bei den Obsidiens, also bei denen, die, äh, für die Ermordung, äh, verantwortlich sind, als, ja, Prostituierte arbeiten muss. Sie hilft uns allerdings, ähm, und zeigt uns einen geheimen Eingang zum Gebäude. Ja. 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 Ja, if there's any encounters on the next screen, I'd be curious to know, if anybody knows what they are, because it's so short. Oh, absolutely far. Big Dungeon, Big Dungeon. Und, jetzt sind wir bei Albus angekommen. Der Kampf dauert, mal wieder, ganze zwei Runden. Wie man sehen kann, ist die Kräger auf den linken haben. Mhm. So ein Flügel der Kräger. Ja. Soll's, glaube ich, darstellen. Albus, die rechte Hand. Albus, die rechte Hand. Und Tam ist auch schon tot. Bye-bye. Okay. Bestimmt, das war... Rufus war left-handed, Entschuldigung. War schon eins zu weit. Ja, das war irgendwie komisch, weil ich hab nichts auf dem rechten Arm gesehen, sondern auf dem linken. Mhm, ja. Total. Der nächste Kampf dauert auch noch zwei Runden, also macht's keinen Unterschied. Und, jetzt sind wir in Noble Courts, Primrose's ehemalige Heimatstadt, beziehungsweise die Stadt, in der ihr Vater dann regiert hat. Hier treffen wir auf Simeon, auch einen alten, bekannten und ehemaligen Angestellten von ihrem Haus. Ganz zufällig. Ja, wir kaufen noch ein paar Items, wir geben Primrose noch mal wieder Peacock Strut und irgendein weiterer Bill und danach wird sie zum Tänzer noch gemacht, äh, zum Jäger gemacht, um noch Lackertrap und AeroStorm zu lernen. Ja. Der Pfeilregen ist halt so gut. Mhm. Jetzt, äh, wurden wir von einem, äh, vom ehemaligen Anführer der Stadtwache hierher gebracht ins Haus der Obsillians. Obsillian Lambs. Ja. Ich habe ein paar Dönnungen, ich habe ein paar Dönnungen, ich habe ein paar Dönnungen, aber wir haben, wir haben ein paar Dönnungen hier. Wir haben eine Dönnungen, Dönnungen, mit kein Kommentar, 5-2-Pose, Dönnungen, mit kein Kommentar, Oh ja! Mammoth also donates $10. Mouth the Wolfman donates $10, and he definitely has a comment here. He says, I have a grudge with off the path traveler. I didn't think ahead enough, and played through with my four characters, neglecting the other four. When it came time to face down Caldera, imagine the horror upon my face when I realized that my party was going to consist of four characters leveled 65ers, and the other four around 20. Needless to say, I didn't believe it. Yeah, right the donation is also very interesting. I think that problem also had some other problems, that the four main characters, with which you have liked to have, are over level 60 or over level 60 and the rest is a little very far ahead. So the last one will be a little bit easier. Yeah, when the half of the party level 20 level 25 to 30 is and then with more or less with a half an attack Calderas get killed. With a half. So the little finger it's like you can do that right now. There's nothing wrong with it. It's a tough fight and even if you're really good out of the way, it can always be that you can do that right now. There's nothing wrong with it. I've been there and left after you defeat Albus. Hey, now we're already in Everhold. After we Albus defeated, we were surprised by Simeon and then, yeah, Yeah. that Simeon the author of the Obsidians was and for the murder of his father was responsible for this play here. I'm basically a twist of a individual and he puts on a play, that is basically a almost recreate... We're in Everhold und gehen durch das Amphitheater, um ihr weiter psychisch zuzusetzen, während sie da ist, dass ihre Geschichte im Theater nachgespielt wird. Ja, Mufus, Simeon, ist so, er freut sich am Leiden anderer, vor allem wenn es psychisch ist. Und ganz besonders auf die Person, die er mag, so wie man, die Sache ist die, er mag halt Primrose, so sehr, dadurch mag er sie auch psychisch Grunde richten, das findet er toll. Also er freut sich daran, dass sie halt jetzt wirklich am Boden ist. Genau. Der Tint Light Soulstone, den hätte er sich nicht unbedingt mitnehmen müssen, ist einfach nur, um weiter Sicherheit zu haben. Und jetzt, Simeon Kampf Nummer 1, als nächstes. Ja. 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 Der erste Kampf ist... Ja, mehr oder so in ihrer eigenen Welt zwischen den beiden, also so ein bisschen Meta-Kampf, wenn man so will. Im Grunde ist es mehr, dass Primrose gegen sich selbst kämpft und ihre Entstoßenheit mehr oder weniger zurückgewinnen will, beziehungsweise sich als gegen Simeons psychische Angriffe zur Wehr setzt. Ja, der Kampf ist, wie immer, sehr schnell vorbei. 30.000 Prozent! Autsch! Ja, Simeon hat in dem Kampf 64.300 HP. Boah, das ist sehr gut abgerechnet. Mhm, und jetzt in diesem Kampf hat er grob 96.000. Ja, der Kampf ist auch etwas nervig, in dem Sinne, dass er mit dem ersten Angriff einen Charakter zum Schweigen bringt, was dann jetzt natürlich erstmal geheilt werden muss. Es ist eine leicht andere Strategie als das, was ich in den Optiken habe. Ja, er hat auch gerade gesagt, es ist gerade nicht so gelaufen, wie er wollte. Ja, das passiert. Er ist aber gut genug, um das dann noch entsprechend zu improvisieren. Das sollte jetzt eigentlich auch reichen, um ihn zu töten. Ja, so leicht. Nur so 30.000 Punkte Schaden mehr als nötig. Ja, das sind 120.000, ne? 130. Wann auch die paar hunderte damit rechnet. Ja, das waren irgendwie so 100, 128, 127.000 Punkte Schaden oder so. Ja, jetzt am Ende ist sie zurück in Noblechords und nachdem sie endlich ihre Wache hatte, kann sie auch endlich wieder ihrem Vater in die Augen sehen, beziehungsweise vor das Grab von ihm treten und endlich Abschied nehmen. Und jetzt sind wir direkt bei Darius und Faryons letzten Kapitel angekommen. Und ja, zumindest in den Single Story Runs ist Faryons letztes Kapitel der Teil, in dem man auf die 3% Stehchance trifft. Man muss nämlich, um hier weiter zu kommen, ein Item stehen, und weil man halt so niedrig im Level ist, hat man nur eine 3% Wahrscheinlichkeit, das zu stehen. Ey, das muss nicht. Mhm. Ich glaube, es haben tatsächlich schon mal welche beim ersten Versuch geschafft, aber der Rekord liegt bei über 100 Versuchen. Ich wurde gemerkt, alle 5 Versuche muss man dann auch 1000 Leaves bezahlen, um wieder von vorne anfangen zu können, beziehungsweise irgendwann geht man dann halt neu. Sofern man gespeichert hat. Ansonsten, wenn man nicht gespeichert und dann zurücksetzt, müsste man nämlich zu Gareth zurück. Also in dem 3. Kapitel war es. Ja, ja, das Stehlen ist ganz lustig. Also, man kann da Zeit verbringen mit. Mhm. Aber wenn man alles stehlt, was man so mit 3% hat, dann ist es dann auch stark. Ja. Und, ähm, nebenbei, äh, bevor wir jetzt tatsächlich noch, äh, die, äh, Geschichte zu Ende bringen, machen wir jetzt noch Ogans Quest, den hat man ja gerade gesehen, bevor wir wieder wegteleportiert sind. Kaufen ein weiteres Schwert, verkaufen alles außer dem Kram, das wir später für den Strategen brauchen werden, um über 153.000 Leaves zu haben. Und wenn wir dann hier in, ähm, Forest of No Return sind, das bedeutet in Victor Sado, äh, starten wir auch noch, äh, Alex Quest. Ich weiß nicht mehr genau, was die beinhaltet. Ah ja, genau, wir müssen jetzt, äh, Alex zu diesen bringen und den dann, ähm, ein bisschen umbringen. Oder, naja, besiegen. Mein Gott, du hast das U-Wort gesagt. Ja, bevor wir das machen, stehen wir aber noch auf den Viper-Dagger, der hat, äh, als zusätzlich zu einem recht guten Angriffswert, hat er auch noch einen ziemlich hohen, äh, äh, hat er auch noch, ähm, extra Geschwindigkeit als Start-Boost. Ja. Ja, jetzt, äh, bringen wir Cyrus auch die ersten, ähm, Rulord-Skills bei und wechseln dann wieder zurück, natürlich zurück zum, ähm, Erz-Magier. Der Tide eigentlich recht gut, aber ich hab nicht so viel gesehen, dass da fehlgeschlagen ist. Ne, ich, das, was ich gesehen habe, ist eigentlich auch nicht wirklich viel, ähm, fehlgeschlagen bis jetzt. Welchen ist es, man, I'm good? Ich weiß nicht. Pop es! Äh, uh, try smash's. Smash's! Okay, maybe that wasn't it, I might've been wrong. Unfortunate. Ja, fortunately, I know the answers. Twist it! Und ja, wir haben jetzt, statt Boost Starts haben wir jetzt für Cyrus Elemental Edge ausgerüstet, das erhöht im Kampf unseren magischen Angriff und unsere magische Verteidigung als permanenter Status, als permanente Buffs. Und wir haben ihm noch den Battle Tested Starve gegeben und, auch sehr wichtig, den Primeval Bow of Storms, der erhöht nämlich den ausgeteilten Windschaden. Also, ich weiß, Moment, ich kann ja gerade mal nachrechnen, wie viel es ist. Ähm, ja, es ist so grob ein Drittel mehr, etwas weniger, was einiges ausmachen kann. Ich glaube nicht. Allein schon, weil er zwischendurch auch noch so Sachen wie einmal Trevor Benzer gemacht hat und ich glaube nicht, dass alles so gelaufen ist, wie er es gerne gehabt hätte. Ich kann es ja nicht genau einschätzen. Ich denke mal, er ist auf sicher gegangen. Ja, das auch. Gehe ich mal von aus. Äh, 99.999 ist Zeit. Ähm, im Moment hat er für Cyrus die Fähigkeit zu Passing Power, beziehungsweise den passiven Effekt. Und, äh, der hängt an den maximalen Schaden nochmal an den neuen dran. Der Boss war wirklich lustig, den habe ich auch noch gemacht. 10 Schild, 30 war das ja, 30. Man sieht das, äh, sehr viel Schaden aus, obwohl sie noch nicht mehr gebrochen ist. Ja, normalerweise, ähm, in dem Kampf, es bringt halt recht wenig, äh, äh, sie zu brechen, weil sie viel zu viele, äh, Schildpunkte hat. Ja, in der, äh, was man jetzt in der Geschichte, äh, im vierten Kapitel von Cyrus' Geschichte erfährt ist, ähm, Yvonne war tatsächlich gar nicht der ursprüngliche, äh, Bad Guy, sondern, äh, Lucia, seine Sekretärin. Die hat ihn dazu angestiftet, ähm, mit der, was war's, Farages from Hell und so weiter, äh, rumzuexperimentieren. Und, ja, am Ende, äh, besiegen wir sie dann, kriegen das Buch zurück und finden auch noch etwas über Galdera hier aus. Oha, die Veränderung des Runs ist ja ganz schön heftig. Scheinbar so lange, wie er jetzt auf RPG Limit Break läuft, ist der Run schon zweimal verändert worden. Ja, also, ja, also, äh, tatsächlich ist es so, äh, dass, die im Moment ziemlich, ähm, aktiv sind, was das Routing dafür angeht. Wo im letzten Monat, äh, in zweistelliger Zeit wurde der Run verendet. Und wir sind wieder zurück in Atlas Dumb, nachdem wir jetzt die Geschichte verendet haben. Ja, am Ende von der Geschichte mit den, ähm, Büchern erfährt man dann etwas über das, äh, Gate of Finnis, das, ähm, das hinter diesem, äh, Tor des Caldera eingesperrt worden, derweise versiegelt worden. Ja, ähm, was man auch noch, weiß nicht, ob man es jetzt in der Geschichte erfährt, aber was man generell noch erfährt, ist, ähm, das Gate of Finnis ist in, äh, Hornburg angesiedelt, wenn man sich erinnert, das ist das, was, ähm, Werner, äh, zerstört hat. Und jetzt, äh, mit den Dragonstones wird man auch erfahren, was der Hintergrund hinter dieser Geschichte ist. Ja, der Typ, den man da gerade kurz, ähm, etwas spätig bekleidet gesehen hat, das war der, dem wir vorher das, äh, Outfit gestohlen haben. Und, äh, weil sie ihn halt anscheinend noch nie ohne seine, äh, Klamotten gesehen haben, haben sie gedacht, dass er, äh, dass er Therion uns ist, und dass er derjenige ist, äh, den sie nicht reinlassen dürfen bzw. den sie verfolgen sollen. Yes. Jetzt sind wir bei Darius, und der hat, glaub ich, auch noch ein paar Voicelines im Kampf. Ah, nein, die sind tatsächlich nicht, äh, gesprochen, das sind leider nur Textboxen. So, 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 this, this flight has dialogue, but it's not Voicelines. Okay. 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 But I-I do want to point out that this is the last, uh, last chapter, so, we do have a little bit more time before I go there, so if you guys do want to-do want to hear, uh, Voicelines over here, uh, read paragraphs upon paragraphs of war. So, so a few okay short. Und ja... Jetzt sind wir mit der letzten Charaktergeschichte durch und jetzt sind es tatsächlich nur noch ein paar Sidequests, die wir beenden, anfangen und dann hauptsächlich jedem Charakter die entsprechenden Gegenstände geben und Skills. Ja, am Anfang wurde ja Therion das Food Spangle, glaube ich, angelegt und ganz am Ende erfährt man, dass... das tatsächlich nie wirklich verschlossen war, also man hätte es ja nicht die ganze Zeit abnehmen können und er hat ihr tatsächlich nur geholfen, weil er es wollte, also weil er helfen wollte. Und ja, was man auch noch erfährt, die Dragon Stones, die er da zurückgeholt hat, und die werden dafür gebraucht, um das Gate of Finis zu öffnen, denn... Früher wurde das Tor von einem Magier namens Rudin Crossford, glaube ich, geschlossen und der hat diese Steine dann an einen guten Verbündeten gegeben, einen der Ritter, und das waren die Vorfahren von Cordelia, also der Frau, der wir beim Zurückholen der Steine geholfen haben. Jetzt versuchen wir, Marouf, das ist Alis Vater mitzunehmen, um dadurch ein paar Items, nützliche Items und wahrscheinlich auch noch eine Menge Geld zu bekommen. Und... War irgendein Speer, ich weiß halt nicht genau welcher. Bin Speer. Oh, Trater and Speer. Ja, das ist auch sehr wichtig. Der erhöht genauso wie der Bogen, wie der Bow of Storms, den Wind-elementaren Schaden, und ich glaube auch, dass das tatsächlich stackt. Wenn, wenn es das nicht tut, so kann es zumindest immer noch auf zwei Leute ausweiten und beiden eine entsprechende erhöhten Schaden geben. Das ist eine Menge, die wir machen. Bzw. wir werden einfach nur gearingen, um den finalen Boss aufzunehmen. Und wir werden auch gearingen, um das Gauntlet zu lösen. Also, was wir machen, ist, dass wir Kressa an den Sorcerer switchen werden. Und die Grund, warum sie so eine gute Sorcerer ist, dass sie beide Wind-boosting-Items auf der gleichen Zeit, die er eine heftige Damage-Multiplier gibt. Syrus, wir werden um den Rune Lord zu verwenden und benutzen den Rune Lord Divine, um eine Menge Damage zu machen. Ähm, sagst du, ich weiß leider nicht genau, was du meinst. Und jetzt hier bei diesem Ausrüsten, ähm, Moment. Syrus wird, wenn ich mich richtig erinnere, als, ähm, Rune Fürst verwendet werden. Dementsprechend hauptsächlich auf magischen Schaden gehen. Er wird halt, äh, die göttliche Fähigkeit verwenden, also Balogar's Blade. Und Balogar's Blade wird, glaub ich, hauptsächlich jetzt, äh, auf physischen Schaden gewünscht werden. Und halt mit dem hohen Master, abziehungsweise Strategen. Und auch deren, äh, dessen göttliche Fähigkeit. Für die Kämpfe, äh, ihr drin, ähm. Doch, und... Lustiger ist ja so, dass... Gadera ist halt die Sache, wo die ganzen Geschichten von jedem Charakter zusammentreffen, sozusagen. Ähm, ja, also... Genau, die ganzen Geschichten, die da stattgefunden haben, äh, wurden im Grunde alle von, ähm, LeBlac, das ist die Tochter, die gibt sich als Tochter Gaderas aus, ähm, mehr oder weniger vorbereitet, beziehungsweise, ähm, die Leute sind alle mehr oder weniger per Zufall da reingerutscht und... Es waren alles Pläne von, äh, von LeBlac, um Gadera zurückzuholen. Beziehungsweise, es war alles, die Geschichten waren alle Teil des großen Plans, um ihn zurückzuholen. Ja, jetzt... haben wir nochmal 8 Re-Fights. Und in diesen Kämpfen, äh, haben wir natürlich noch den Captain's Badge und Friendship Badge auf Tressa, um halt dementsprechend... eher noch, äh, ein paar Level uns, äh, jede Menge JP zu geben. Und... Äh, ja, sagst du, im Moment, der hauptsächliche Schaden, glaub ich, im ersten Kampf gegen Gadara wird, glaub ich, von, ähm... Cyrus als Rune.com eben, weil er mit Balogast Blades ne Menge Schaden raushauen kann. Ja, das ist halt der Schaden mit Boosts und bestes Equipment und Erzmagier und passiven... Und vor allem halt jede Menge göttliche Fisch. Ja. Obwohl, im ersten Kampf... ja doch, beim ersten Kampf wird halt... Balogast... Also, im Grunde, ähm... Jeder Kampf wird, äh, ähm... Jeder dieser, äh, Re-Fights wird tatsächlich durch Balogast Blade beendet. Kann ich ja jetzt schonmal sagen. Ja, sagst du, wenn man das erste Mal Gadara versucht, ist es wirklich sehr schwer. Man weiß halt überhaupt nicht, was einen erwartet. Also, das ist der Angriff, der er alles, alle macht, ne? Hm? Alle Elemente. Ja, der greift einmal mit jedem Element an. So, Rune, Rune Lord deske, ne? Hm, genau, das ist, äh... Rune Lord. Willkommen zurück. Simeon. So, this is like the land of the dead or whatever, so it's like... Simeon's dead. In case that wasn't obvious. That's quite good. Yeah, so, Simeon's actually tricky. We just don't want him to silence people. And wouldn't you know, he silenced Tressa. I still have good turnovers though. Yeah. I think I'm stressed with... Oh no. This is also why we buy like 11 herbs and everything else. Primrose, Kapitel 4. Primrose. Genau. So, all of them have enough AP now, so now we can just proceed with the main party for the rest of them, right? Yeah, I even know a streamline team, who is bis Galeria, but then he didn't, then he didn't tweak it. Yeah, I got it... I got it, the moment, right, and then I got it out there. But it's... ...is no easy fight, actually, yeah. I have to prepare a strange collection about a bottle, but I... Ich habe bis jetzt immer irgendwo einen Fehler gehabt, der es mir dann gekostet hat Ja Ey, jetzt weißt du es Dann go, 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 mach Galdera Klatt, äh, platt Klatt, ja, mach ihn klatt Nein, platt Und, ja Die Kämpfe, die man hier sieht, das sind alles Kämpfe, die den Irwin-Charakter als besonders viel abverdankt haben Also entweder besonders ihren Willen in den Fall gestellt haben Oder als dann am Ende vom Kampf dafür gesorgt haben, dass sie irgendwie realisiert haben, was sie überhaupt machen wollen Das war ja, äh, ein Drachen, das war einfach nur ein großer Gegner, der, halt, ein starker Gegner Äh, ja, Vanamtooth, da hat sie halt später bemerkt, dass sie eigentlich, dass, äh, ihr größter Schatz eigentlich nicht irgendwie Geld ist Oder ein besonders wertvolles Stück, äh, Erz, sondern ihre Erfahrungen Simeon, ja, okay, Primrose wird halt von ihm, äh, Simeon hat halt Primrose, äh, Versteifung auf ihre Rache infrage gestellt Und sie dadurch halt, äh, im Grunde ihren kompletten Lebenszweck infrage gestellt Äh, Miguel hat, äh, Elfins Berufung infrage gestellt Äh, der ist, äh, so was, äh, hat zum Grunde mehr oder weniger am, äh, sein Vertrauen in die Menschheit infrage gestellt Und, äh, ja, also Ferens Vertrauen in die Menschheit Ich liebe es, ich liebe solche Menüs, es ist einfach so Vorbereitung für die ganze, für die ganzen Sachen, so Es ist, es ist schade, dass wir die ganzen, äh, Tagebücher oder Background-Series, die die Gegmos hinterlassen, leider nicht noch lesen Da wird noch eine Menge erklärt, wie, was überhaupt, warum das alles überhaupt so stattfindet, wie es dann tatsächlich ist Ja, mit Thais Thais ist auch wieder nur, äh, drauf hinab, wieder auf, äh, Belagas Pleite hinarbeiten Wie auch die anderen Kämpfe Und, äh, ja, der Grund, warum der halt da ist, ist halt, äh, dass, äh, ja, Ophilias, äh, ja, auch Vertrauen in die Menschheit uns, ähm, als, äh, als Vertrauter, äh, als, äh, als, äh, als, äh, Verlassener auf Freundschaft, Liebe und so weiter infrage gestellt hat beziehungsweise auch in dem Fall vertrauen in Liana, also ihre Schwester. Als nächstes... Yvonne. Ja, wenn ihr es noch schaffen wollt, dass Bowie die ganzen Tagebücher liest, ihr habt noch ungefähr 3-4 Minuten, um die 2k zusammen zu bekommen. Ja, bei Yvonne war das hier, glaub ich, in dem Fall ist der Grund, dass er da taucht, dass er im Grunde Cyrus, ja, Vertrauen als den Direktor und seine Autoritäten und sowas in Frage stellt, beziehungsweise dafür sorgt, dass er sich dazu entschließt, das alles bis zum Ende durch zu, nachdem er, ich glaub, ich weiß noch nicht, ob das Buch dadurch zurückkommt, aber er schließt sie ja dadurch, das alles bis zum Ende durch zu erkunden, rauszufinden, was wirklich dann der Grund war, warum Yvonne sich so verändert hat. Und jetzt Werner. Und in dem Fall spielt Therion mit Insights, ähm, ja, äh, Vogelscheuche. Beziehungsweise er ist, er wird einfach als, äh, Ziel hingestellt, er ist auch tot. Ah ja, okay, wir haben Elfen den, äh, Double Tomahawk ausgerüstet, der hat den besonderen Effekt, ähm, er greift, äh, doppelt an. Heißt, wenn man ihn dann boostet auf Level 2, 3, 4 greift er dementsprechend, äh, 2, 4, 6 und 8 mal an. Gerade reden sie auch über, äh, eine passive Fähigkeit vom Strategen, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie heißt, und die sorgt dafür, äh, Fortitude, genau das war's. Ähm, die sorgt dafür, dass, äh, der Schaden, den er auszeilt, äh, ansteigt, je weniger Leben, äh, dem Auskusseten übrig bleiben. Und, äh, auf 1 HP sind das anscheinend so, grob 2,6-facher Schaden. Und, äh, ja. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, was sie da, äh, ausrüsten, beziehungsweise weiterlernen, das ist leider zu viel. Ähm, das ist, ähm, okay, sie haben, okay. Das ist einfach so viel, wenn wir damit anfangen, ist der Kampf schon vorbei. Ja, das ist so viel, vor allem, es geht so schnell, ja, nicht ganz, aber es ist so viel, und sie gehen vor allem so schnell dadurch, dass es alles schwer mitzunehmen. Was ich noch sagen kann, ähm, Farron, der ist jetzt der Stratege der Gruppe, der ist dementsprechend noch extra auf einem HP gelassen, weil er dadurch halt den meisten Schaden auszahlen kann. Er hat nämlich auch, äh, Fortitude, ähm, Physical Browse, das hält im Kampf einfach nur physischen Schaden und physische Verteidigung. Ähm, BP Eater, heißt, als geboostete Angriffloserin mehr Schaden und, könnte anders sein, Surpassing Power, damit er auch den vollen Schaden austeilen kann. Und, ja, ihr kriegt auch in allen Belangen die besten physischen Waffen. Ganz wichtig sind tatsächlich nur, äh, es sind tatsächlich nur Waffen, die besonders viel physischen Angriff einbringen. Weil, äh, wir brauchen halt mehr Ziele, die Schaden machen. Ja, genau. Das kampfverprobte Schwert, Battle Tester Blades, äh, Master Spear, Viper Dagger, um noch, äh, entsprechend schnell zu sein. Death Cleaver ist, glaube ich, auch eine der stärksten Äxte der kampfverprobte Bogen. Willkommen! Ist doch ein wunderschöner Boss, oder nicht? Ja, es ist ein sehr schöner Boss. Wenn man genau hinschaut, kann man auch noch im Auge tatsächlich, äh, Kidd so erahnen. Also, Kidd ist der, der, ähm, vorhin, äh, geopfert wurde, um Galdera zurückzubringen. Äh, ähm, Kidd, äh, ist halt, das ist, äh, Kidd, sein Vordername ist Kidd Crossford. Er ist ein, äh, Nachfahre von Odin Crossford, also demjenigen, der ihn ursprünglich, der Galdera ursprünglich, äh, versiegelt hat. Und sein Blut wurde halt gebraucht, um Galdera wiederbeleben zu können. Und in diesem Kampf wird unter anderem auch, ähm, die Fähigkeit des Dothars Charity verwendet. Das ist, äh, die, äh, göttliche Fähigkeit vom Apotheker und die sorgt dafür, dass eingesetzte Items auf die gesamte Gruppe angewendet werden. Unter anderem halt auch, äh, jetzt, wie heißt das, Revitalizing Gems, äh, Gems, also, das war, die Sachen, Revitalizing Gems, äh, abgesehen davon, dass sie, äh, HP und SP komplett heilen, beziehungsweise, wenn man es ausgerüstet hat, die HP überheilen, äh, füllen auch die BP komplett auf. Also wirklich, alle fünf. Das kann man dann natürlich ausnutzen, um, jeden, in jeder Runde maximale BP wiederzuhaben. Okay, okay, anscheinend haben sie, äh, Tressa sowohl den Power of Storms als auch den Treadwinds Spear gegeben, um ihren Windschaden dementsprechend stark zu erhöhen. Ja, haben sie auch, das macht sie halt sehr starke, ähm, Magier, beziehungsweise Erzmagier, weil einfach Wind so viel Schaden macht bei ihr. Auch ohne, dass sie auf Magie getrimmt worden ist, die ganze Zeit. Mhm. Sie hat auch, im Gegensatz, noch, ich glaube, recht viel, äh, magischen Angriff als Händler und halt durch den Erzmagier kriegt sie natürlich noch einen recht starken Boost. Die haben ja wahrscheinlich auch noch Items gegeben, die das dementsprechend stark, äh, erhöhen. Äh, genau, sie hat zwei Elemental Augmentus, kommen, die erhöhen jeweils die magische Stärke um 100. Und das war die erste Runde, das ist natürlich schon, also sie haben komplett den, äh, Erzmagier und den Ruhenfürst, ja, ausgenutzt. Und mit Battlegrass Blade und, äh, Ventus Salter, äh, jede Menge Schaden reinzudrücken. So, das war der. Wie man sieht, ist es leider noch nicht der letzte, denn es gibt noch einen zweiten. Die Sache ist die, du musst jetzt mit deinem anderen. Ja, allerdings in diesem Fall wird Therians, äh, ist es... Windhurts Battlecry, glaube ich. So vierzig, so vierzig, so vierzig, würde ich sagen, sind die Charaktere jetzt. Die jetzt gerade sogar, glaube ich, weniger. Teilweise sind es noch recht niedrig in... ja. Ja. Okay. Oh boy. Alright. This is winnable, aber... Es könnte jetzt interessant werden. Der Anruf verringert die HP nur auf eins. Das tut es tatsächlich nicht. Was? Das ist gerade heftig. Ja, ja, klar. Vor allem, weil jetzt... Ja, noch ein weiterer vor... Okay, er hatte Glück. Boah. Achso, die Angriffe vom Schwert verringern tatsächlich... Ah, die haben Heng Tav-Auskuste dementsprechend verringert. Das kann es nur auf 1 HP verringern, solange sie nicht im gefährlichen Bereich sind. Das ist unwinnable. Ja. Er hat es, glaube ich, gerade verkackt. Ja, ich glaube, das wird jetzt... Er hat gerade gesagt, es ist unwinnable. Ja, er gibt auch gerade auf, wir greifen nur noch an. Ja, äh... Nochmal von vorne. Er darf jetzt nochmal die ganzen Rückkämpfe machen, leider. Dementsprechend... Es ist ziemlich gut, dass das... Äh... Das Estimate so viel höher gesetzt hat, als, äh... Er eigentlich brauchen sollte. Ja, man denkt, äh... Der Weltrekord von ihm ist halt... 4 Stunden, 17 Minuten, 46 Sekunden. Hat er auszusehen, äh... Hat er vergessen, was ihm, äh... Was zu geben? Ich weiß es leider nicht genau. Ich weiß nicht, welchen Fehler er gemacht hat. Ich weiß nicht, wie es er ist. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wie es er ist. Ich weiß nicht, wie es er macht. Ich weiß nicht, wie es er macht. Er ist ein Problem an der Sache ist. Der Untere wird dann halt der Probleme machen. Ich weiß nicht, wie wir das machen können. Wenn wir das machen können, können wir doch ein paar Donations machen? Ja, ja. Ah, das ist... Ugh... Ja, es ist... Ja, also es wäre so oder so kein VR geworden, aber es hat trotzdem, er wusste, dass das passieren könnte, deswegen hat er da jetzt wirklich eine Dreiviertelstunde knapp drauf gerechnet auf seine Estimates. Aber ich denke mal, wenn man alle erledigt hat, kann man nicht nochmal speichern, oder? Ne, im Gate of Windows kann man nicht speichern. Boah, das ist so ekelhaft. Es ist gleichzeitig auch ein Point of No Return, also bis du es besiegt hast, kommst du auch nicht mehr raus. Dementsprechend ist es gleichzeitig ziemlich nervig, dass es nicht geht, aber gleichzeitig halt, weil man nicht mehr rauskommt, vielleicht doch ganz gut so. Ja, okay, kann ich nicht mehr rausbauen, ne? Mhm. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Mist. Was denn? Ich habe gesehen, dass jetzt, äh, Google Play hat Valkyris Profile. Okay. Was bei uns in Europa nicht rausgekommen ist. Ja, das ist ... Jaa, das ist ... Jaa, das ist ... Ich habe ein extrem schönes Playstation 1 Spiel. Jaa, das ist ... Jaa, das ist ... Vielen Dank. Ich glaube, er hat für fast alle Kategorien mindestens einen Guides tatsächlich gemacht. Wenn es mehrere Strategien gibt, tatsächlich auch mehrere teilweise. Also, der hat wirklich sehr viel Arbeit da reingesteckt und dass es auch für alle zugänglich ist. Und jetzt, wo es seit kurzem auch eine halbwegs gut funktionierende Version von dem auf Bilderkennung basierenden Autosplitter gibt, hat er tatsächlich auch zumindest für ein paar Kategorien schon Bilder zur Verfügung gestellt, damit man halt die Autosplitter konfigurieren kann. Oh, das ist nicht schlecht. Ja. Den Autosplitter habe ich gesehen auf Twitter. Das ist jetzt so langsam... Was natürlich auch sehr nützlich ist. Die Leute, die nicht wissen, wann man... Blitten muss. Ja, wir können ja... Abgesehen vom Ende ist es ja egal, wann das platzt. Dementsprechend... Das kommt wirklich immer wenig Geld rein. Die ganzen Estimates... Äh, nicht Estimates. Challenges, Donation Goals. Ja, tja. Ist im Moment leider so. Jep. Ja. Die Sprache ist tatsächlich auch anscheinend den gesamten Run über vorne geblieben. Also Englisch. Ähm, die Anlage, Kuga, Splits sind es an sich nur halt zu überprüfen von Iron Runner selbst. Also, um einen besseren, äh, um einen besseren Überblick zu haben, wie man in der Zeit steht, äh, abgesehen von Anfang an Ende. Man kann auch, äh, jetzt so wie hier bei den Marathons einfach einen Timer daneben haben, der am Anfang an Ende gestartet bzw. angehalten wird. Das reicht auch. Splits werden eigentlich nur dazu verwendet, um es zu vergleichen zwischen Runs oder um die Zeit besser einzuschätzen. Also, wie es aussieht, hat er auch, ähm, hat, ähm, Cyrus im Moment auch, ähm, Eis und, äh, Blitzschaden erhöht. Also, er hat zwei Waffen, die das hierbei zerhöhnen. Denn die verursachen tatsächlich so, äh, 9000 Punkte Schaden mehr, ungefähr. Also, das ist wirklich eine sehr drümmliche Dramatische Dermatische 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 Dermatis. Und zwar schon als auch ein paar Mal in der Säteffekse. aber hoffentlich habe ich nichts wie das heute gemacht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber ich habe ihn noch nie gehört. Ich weiß nicht, dass das Lassdorfer nicht der Flügel verlebt wurde. Ich habe ihn aus dem Flügel verlebt. So können wir den Flügel nicht verlebt. Aber er wird sich nicht verlebt. Basically the reason why we keep him up is because we don't want Varian to die to the sweep. Varian dies so sweet. He loses insight and then whoever takes it. And then someone's guaranteed to take the double hit. Most characters can take a single hit but double hits. The same reason why we break Esme on the first turn. I'll look at my notes this time. I brought them just in case but I haven't really looked at them. But I probably should at this point. I think it's kind of interesting as well when we were doing that first attempt earlier how I could hear behind me everyone can see it. I think it's kind of interesting as well when we were doing that first attempt earlier how I could hear behind me everyone can see it. Hopefully it's better this time. Everyone can just see immediately if you run the game a lot so I've just been noticing people just seeing exactly what they need to see. And if I ahh yes or ahh no. I think I think the reason why the reason why the thing went last is because I forgot to equip the Varian to die. Hmm. Which gives a lot of speed basically. We have the guaranteed... What's that? We have the guaranteed... What's that? We have the guaranteed... We have the guaranteed... And the Hang-Tough ability which is four merchant skills. Hang-Tough means you'll always survive an HP... You'll survive an attack if your HP wasn't already in the red. If it wasn't in the critical state. And patience is just an extra turn at the end. I ask myself how he can so quickly through that. I'm much more slow. I have to have a lot of mass everywhere behind me. Yeah, so the phase one of the play is actually... It's a moderate level. Yeah, it's a moderate level. We basically just don't want the eye attack twice in a row because then it can kill somebody. As long as somebody heals in between, you're fine. Tja. I don't know. Wait for a second... I hope to get it. Let's get it. Oh boy. Let's get it. Hey, I hope so. Oh boy. Let's get it. Okay, er hat einen Patience-Zug bekommen. Ich hoffe mal, dass es... okay. Natürlich, das kann ich jetzt erwähnten, um Peacock-Strat ein bisschen zu verlängern noch. Sollte man vielleicht auch mal sagen, Patience ist ein Jäger-Passive, die dafür sagt, dass man mit einer 25-prozentigen Wahrscheinlichkeit oder so am Ende von Zug einen weiteren, oder am Ende von einer Runde einen weiteren Zug mit dem Charakter, der es ausgesucht hat, bekommt. Und eine weitere, die man jetzt in diesem Kampf nicht sieht, vom Jäger wäre, die aber ähnlich funktioniert, ist Second Serving. Die hat den Effekt, dass man mit etwas Glück nach einem Standardangriff noch einen weiteren Angriff hinterher schickt. Das hat irgendwie 50% Wahrscheinlichkeit oder so. Oh, noch mal Patience bekommen. Und Starter, ja, der war auch schon gebrochen. Das ist, was Runen tun, by the way. They just fire out an extra Schot. Ja, und die Runen tun absurde Damage. Wir haben gesagt, es gab so viele individuelle Setup, die über den Kurs von der letzten Woche. Wir machen mal einen Revised Clizing Gem. Dann haben sie auch schon, naja, genau, die Elemental Break. 0.25 times the multiplier. Das ist die one Tressa put on herself earlier. All right. Aber Tressa does... Almost all of the boss's HP with one attack. So Tressa has Elemental... There's Elemental Break. There's Peacock. There's Elephans. There's Ale Bricks. There's BP Eater. There's Augmented Elements. There's Elemental Aid. And there's Grayson. So all on Tressa. That was a mouthful. Yeah, sie hat sehr viel... Oh my God. Was hat er gesagt? Sie hat Elemental... Ich glaube, was war es? Elemental Aids. Oh Gott. Alle Sachen, die den Schaden extrem machen. Ja, also... Alter Pflanzen. Ich glaube, Elphrax, Elemental Aids, Stronger Strikes und noch irgendwas, was ich hier verpasst habe. Moment. So, jetzt der obere Gewinn. Ja, Super Passive Power, Augmented Elements und noch woanders. Elemental Aids und BP Eater waren die passiven Fähigkeiten. Ja, das ist eine Menge. Da hatte gerade nur SP verringert bekommen vom Maw oder so. War ja, Maw of World Era war das. M.G. Darüber machen wir keine Scherze. Ja, dann ist ja gut, dass ich nur Elemental Aids gesagt habe. Das ist jetzt sehr... Glücklich. Ja, er hat zum Glück jedem Hang-Tough gegeben. Deswegen können die durch einen einzigen Angriff nicht getötet werden. Solange sie nicht im kritischen Bereich sind. Also der... Oh, schöner Schaden. Mhm. Da hat er gerade nochmal Ophelia. Okay, Ulrich. Ulrich Cover? In der Tat. Ulrich hat Cover und dementsprechend hat er jetzt gerade den Treffer für Therion eingesteckt. Ich glaube, das war auch ein Part der Strategie, um das überhaupt schaffen zu können. Ja, der muss ja halt auf 1 HP bleiben. Mhm. Genau. Weil der Schaden, glaube ich, stärker wird, dem weniger Leben erhalten. Ich glaube, das hat Fortitude, das sorgt dafür, dass der Schaden, äh, also mehr Schaden verursacht, wenn er wenig HP hat. Und, gut vorhin gesagt, das sind so grob 2,6-fach bei einem HP Schaden. Also, ja, einfach mal mehr als zweieinhalbfacher Schaden ist eine Menge. Naja, und er hatte Glück, dass Ophelia hier hat, dass ich, äh, noch nach Galdera dran kam, also nach dem, äh, Körper von Galdera. Dadurch konnte er sofort Leghole Trap einsetzen. Und er hat auch noch Patience bekommen. Er hat wirklich Glück. Also, so lange er jetzt nicht unglaublich Pech hat und, äh, der letzte Reign of Arrows nur zwei Mal trifft, was durchaus passieren kann. Ja. Jetzt nochmal Armor Corrosive draufhauen und, ja, okay, den Steine halt bewenden. Oh Gott, er hat gerade gesagt, er könnte Beholding Grace einsetzen. Das Problem ist, Beholding Grace hätte, könnte ihn töten. Ach, der, der, ein G-Dance. Ja, genau, der RNG-Dance. Ich hab den geliebt, den zu benutzen. Ich find den so lustig. Ja, am, am schlimmsten ist, äh, die Kombination, äh, HP werden auf eins gesetzt und dann, äh, Ground Explodes Below Your Feet. Ja. Was so zwölf Punkte Schaden vorursacht. Und da hat er ihn gerade auch besiegt. Ja, man hat ja gesehen, wie stark das war, äh, also Fortitudes, Oh, die Level. Ja, Battlecry und dann, äh, Armor Corrosive vor allem, was nochmal um 50% erhöht hat. Oh. Ja, Galdara wurde besiegt. Endlich. Endlich. Und wie man sieht, äh, Kit wurde dadurch auch nochmal befreit. Man kriegt, äh, 100.000 Leaves und, äh, Spurning Ribbon. Ähm, der Effekt von Spurning Ribbon ist tatsächlich, ähm, es verhindert, dass man von, äh, zufälliger Content angegriffen wird. Also könntest du jetzt damit einfach überall hinlaufen, wo du Bock hättest. Genau. In typischer, in typischer ABG, man dir das nützlichst, äh, man kriegt von den Superbossen, mit den finalen Bossen, äh, nichts Nützliches. Beziehungsweise, äh, man kriegt was Nützliches, aber zu einem Zeitpunkt, an dem man es überhaupt nicht mehr gebrauchen kann. Äh, der Estimate ist aber auch ganz schön hochgesetzt worden, Nagakugel. Ja, also das Estimate hat er so, hat er mehr als 40, jetzt, er hat auch mehr als 40 Minuten über seinen, äh, BV, beziehungsweise über seinen Weltrekord gesetzt. Und, äh, weil das Incentive gematcht wurde, zeigt er jetzt noch, äh, wie er den Dyerwolf, beziehungsweise Managame, macht um Glitches! Tötet. Ja, tatsächlich, äh, er hat auch schon im Discord selbst gesagt, dass die Glitches eigentlich der interessante Part davon sind, weil er Managame, äh, ähnlich, äh, schnell in der Luft, äh, zerreißen wird, wie die anderen Bosse. Natürlich, also, er hatte halt Pech mit Gadara, und das kostet eine Menge Zeit, also, nachdem er das erste Mal gegen Gadara gestorben ist, war er bei 421. Aber, ja, es war definitiv immer noch sehr gut. Ja, ähm, Dyerwolf setz auf euch somehow. Ja, Managame. Ja, das größte Problem, äh, bei dem Boss anscheinend ist, so 3k schaden an allen vor sachen kann das mehrmals zueinander überlebt halt nicht viel wenn man pech hat kann er einen innerhalb von einem zug töten der boss hat etwas weniger als 300.000 hp zum vergleich das auge von galdera hat ungefähr 500.000 ja man sieht ja der hat schon nicht lange ausgehalten wieso sollte dann man das lange durchhalten ich denke mal bloß viele leute haben sich über den direwolf beschwert deswegen hat er das in center mit dem direwolf drin gehabt ja das ist halt der stärkste sideboss den man bekämpfen kann deswegen hat er es reingenommen jetzt glitsches ja man sieht er hat einiges vorbereitet an verschiedenen saves ok ich weiß schon was er jetzt macht ja das ist was er jetzt zeigt das ist der einzige glitsch der tatsächlich auch von speedruns verwendet wird weil er überhaupt zu irgendwas nützlichem verwendet werden kann man wird es gleich sehen es ist es sieht ziemlich ein es ist ziemlich einfach es ist nichts sonderlich spezielles was man dafür machen muss davon aber glaube ich etwas präzises timing auch wenn manche gesagt haben dass sie es am besten hinkriegen wenn sie einfach durchspammen ja wenn man hier auf einen gegner trifft dann kann man ja sagen man ist noch nicht bereit und dann geht man automatisch ein stück zurück man kann aber wenn man das gerade weggedrückt hat home buffern und dann kann man ein stück weiter rein laufen wenn man es richtig macht und dann kann man einfach weiter gehen wenn man hinter dem trigger ist und damit kann man dann halt die boss trigger überspringen in dem fall hätte jetzt hat er den master speer bekommen das ist äh in ferren speedruns wird es auf jeden fall verwendet allerdings nur um den schwer zu verkaufen er ist halt irgendwie sechzig 10.000 lief's werden oder so auch nicht schlecht das problem dabei ist man kann damit nicht zum beispiel an diesen schildern vorbeigehen die level als story level absperren denn man kann also man kann zwar an dem schild vorbei aber dahinter ist noch keine loading zone für den nächsten bereich oh ja man kann einfach aus dem bett rauslaufen also man kann zwar an den schildern vorbei mit dem home buffern aber es bringt einem nichts dahinter ist keine loading zone man geht dann einfach weiter also sie waren schlau sie haben schon damit gerechnet dass jemand irgendwie versuchen würde daran vorbeizukommen ja ok es ist ja gerade in der seitenszenerie gelandet ja es gibt nur was er gerade gesagt hat es gibt einen bug wodurch die veteranen die man beschwören kann die ganze zeit auf dem bild zu sehen sind also als visual bug leider hat das etwas mehr setup und jetzt in orderx mans gibt anscheinend auch noch einen glitch oder bug und hier kann man auch home buffern vorbei auch das was er jetzt kann man hinten umlaufen ja sowas eh nichts habe ich erwartet es gibt halt auch da keine ladesäume zone Und da ist es vorbei. Und dann landet man wieder am Anfang. Ich finde es auch gut, dass sie tatsächlich einen Mechanismus eingebaut haben, um halt wirklich Out-of-Bounce runterfallen zu verhindern, dass man einfach an den Eingang der letzten Laden-Zone gesetzt wird. Wie gesagt, Bad Bounce, in diesem Spiel gibt es tatsächlich nur den, tatsächlich auch der Homebuffer-Gilch, ist der einzig nützliche, allerdings auch nur, wenn man, ja, dadurch Boss-Trigger überspringt. Oh Gott. Ja, okay, man konnte jetzt dadurch durch den Homebuffer die Stadt verlassen. Normalerweise soll man das nicht können, weil das halt nur ein storybezogener Charakter ist, den man da mitführt. Und jetzt, äh, was passiert, wenn man ihn im Kampf beschwört? Oh oh. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Oh, Softlock. Ja, das ist halt etwas, das man nicht machen soll. Richtig geile Moonwalk-Skills. Das ist halt eine Wichtigung. Okay, damit wird er jetzt auf- das- jetzt ja. Ja. Also, ich fand ihn ganz lustig. Mhm. Ich würde gerne eines dieser Sachen kriegen Leider kann ich nicht spenden, weil mein Highball nicht will Das ist mein Konto, will ich Mann